Moin moin, heidi ho und herzlich willkommen zu PUBG, zum neuen Update. Wir werden uns auch gleich die Patch Notes angucken. Wir sind mittlerweile angekommen in, ich merke mir die Zahlen, weil ich das irgendwo ein Stück drauf glaube ich, 23, 3 oder? Wie sowas, ich spiele im Großen und Ganzen auch eigentlich, wieso zeigt er mir den jetzt nicht mehr an? Ja, das ist aber wieder ein bisschen typisch. Ich kann sie euch prinzipiell aber auch einfach zusammenfassen, das ist gar nicht so schwer. Gar nichts, 28.2, hab ich doch gesagt, hab ich doch gesagt. Ist tatsächlich nicht allzu viel passiert. So ein paar Sachen Richtung MP und sowas wurde verschoben, aber nur wenn du irgendwie Custom spielst und irgendwas dergleichen. Denn ganz interessant ist hier noch mit dem Map-Gedöns, welche Prozentzahlen wie und was doch immer dergleichen irgendwie rankommen. Ist dat wichtig? Ne, dat ist auch nicht wichtig. Im Prinzip hat sich nicht allzu viel getan. Es gibt dieses 7-Jahre-Gedöns. Ja, hab ich wohl tatsächlich jetzt 7 Jahre und dementsprechend haben sie einfach nur ein bisschen mehr Skins und irgendwas dergleichen mit rausgehauen. So wie das hier jetzt anfühlt. Aber ansonsten ist gar nicht allzu viel passiert. Ich glaube, man kann jetzt so ein bisschen darauf hin... Es gibt Punkte auf Irangel, was, wie man sieht, man macht aus Irangel ein ganzes Fest und... Warte mal, das kann ich euch tatsächlich vorlesen. Da gibt es irgendwie Punkte, da kannst du es quasi immer so ein bisschen... Feiern die 7 Jahre zusammen. Ja, hier genau. Zum 7. Geburtstag von PUBG Battlegrounds wurde Irangel in einen Schauplatz für eine große Feier verwandelt. Seht euch die Ankündigung zum 7. Jahrestag von PUBG an, um mehr zu erfahren. Die Schule, die School in Irangel hat sich zur Feier unseres 7. Jahrestags in einen belebten Veranstaltungsort verwandelt, während die Cafeterias, die überall auf der Karte zu finden sind, in Jahrestagscafés umdekoriert wurden. In unsere Cafés zum 7. Jahrestag... Auf der Startinsel in der Karte wird es Cupcakes als Wurfwaffen geben, sowie spannende Überraschungsboxen. Das könnte interessant sein, das habe ich nämlich gesehen. Da schmeißt du dann irgendwie so gegen eine Box und ich glaube, da kommt tatsächlich was Witziges raus. Das können wir uns mal gleich angucken. Ich glaube, das ist das Einzige, was, glaube ich, wirklich richtig spannend sein könnte. Werbetafel zum 7. Jahrestag werden in Rangel, Miramar, Sanok, Viken und Rondo veröffentlicht. Yay! Außerdem werdet ihr dort eine Vielzahl von Objekten zum Dekorieren zum 7. Jahrestag finden. Wahnsinn! Moin Mr. Lacey, moin Mr. Nicodemus, moin auch Monster und Nordster. Moin auch Michael B. und nochmal Monster und Maximo und Azel Manburg, moin auch Flo X-Wolf. Maximo, hatten wir schon? Hatten wir, hatten wir, hatten wir. Und Peter! Moin! Tja, aber ansonsten, halt wie gesagt, im Großen und Ganzen, ja, Gunlabs ist geil, ne? Es gibt ein SMG Rebalance, das heißt, die SMGs schießen nicht mehr ganz so weit effizient, sind dafür auf die Nähe effizienter, aber das Ganze gilt nicht für das normale Gdöns, sondern das gilt dann am Ende des Tages. Ach ne, ist auch im Benutzer definiert. Ah ja, okay, das heißt, die MPs wurden tatsächlich verändert und zwar auf Distanzen. Ja, das ist wenigstens, dann wird es langsam interessant. Siehst du, ich hab mich vorhin verlesen, das dachte ich, das ist nämlich und so. Hier, wie in der Ankündigung bereits erwähnt, ist das MP Rebalancing jetzt im Arcade verfügbar. Wir haben außerdem eine Umfrage vorbereitet, um euer Feedback zur Änderung zu sammeln. Also lasst uns wissen, dass ihr was davon haltet. Macht die SMGs stärker, damit man die SMGs auch wieder Meta spielen kann. Ja, das ist das Einzige. Das heißt, macht die Autos schwächer, damit die MP... Ach, egal. Auf jeden Fall, er hat schon einen Grund, warum im Endeffekt eigentlich kaum jemand, der sich Pro nennt, irgendwie großartig mit einer MP durch die Gegend rennt. Deswegen spiele ich Bison, weil Bison einfach geil ist. Quasi die beste Waffe unter Noobs. Dementsprechend bleibe ich da tatsächlich dabei. Die Recall Tower sind jetzt auf Taego und wir kennen die. Oh. Ja. Ich meine, das war keine Frage. Das war ein Aussagesatz. Das verzerrt sich manchmal so ein bisschen. Das hat was zu tun mit der FPS-Anzahl und Herz-Anzahl von OBS zum Spielen und irgendwas dergleichen. Da fühlt sich das immer so ein bisschen komisch an. Das war eigentlich ein Aussagesatz, ja. Finde ich aber ganz gut, dass sie das so gemacht haben. Das war mir natürlich im Vorfeld auch klar. Denn, so ein vereinheitliches Comeback-System ist tatsächlich echt ganz geil. Taego und... Wirf Cup Games gegen die Geschenkbox. Wo ist die Geschenkbox? Das ist sie nicht. Doch. Das war die Geschenkbox. Das war die Geschenkbox. Viel Cheater. Viel Glück. Moin. Salühe. Yeah. Hurray. Hurray. Moin. Oh Franky. Ja. Bleibt dabei, ne? Also, hat seine Stärken. Das hat es nach wie vor. Daran ändert es halt jetzt auch irgendwie so Krimskrams und Kleinkrams am Ende des Tages halt nicht. Halt nicht allzu viel. Und das ist prinzipiell gesehen ja auch gut so. Das ist ja genau das. Yay! Da fliegt das Skingeld nur so durch die Gegend. Herrlich. Herrlich. Zum Siebering hätte auch eine neue Map kommen. Bitte nicht. Bitte nicht, Nicodemus. Bitte nicht. Wir haben genug Maps. Bitte nicht. Ich finde, so zum Jahrestag hätten sie die Tagesupdates wieder zurückbringen können. Das wäre so ein Ding gewesen. Da hättet ihr mich weinend erlebt. Definitiv weinend erlebt vor Freude. Um die Tagesupdates. Ganz sicher. Aber die werden, glaube ich, nicht allzu schnell kommen. Nämlich. Gar nicht. Plot Twist. So, überhaupt nicht. Nein, nein. Da bin ich mir ganz sicher. Und auch nie ohne Higgs. Und? Ich nehme ein Auto und fahre ganz weit weg. Sie werden mich alle nicht kriegen. Denn ich fahre bis zum Ende der Karte. Nein, ich fahre nur bis dann nach vorne. Dann fahren wir einen zu looten, weil ich zu ungeduldig bin. Yay! Da sind wir. Easy. Oh, mir ist bloke. Oh. Was anders? Tja. Was anders aufgestellt? Moin auch wieben. Guten Abend. Ja, da ist ja wunderbar. Ist ja wunderbar, Ben. Genau an dich habe ich gerade gedacht. Wusstest du das schon? Ist nicht unbedingt wegen PUBG. Ist auch gar nicht in einem Artverbanden Kontext. Aber, ich habe vorhin doch gedacht, meine Güte, es sind viele Menschen Ben. Muss doch mittlerweile mehr sein als Max. Ja, das habe ich gedacht. Dann habe ich auch was anderes gedacht. Zum Beispiel, warum zum Teufel habe ich immer noch keine DMA oder SR? Weil das doch so ein wunderbar schönes, großes Gelände ist. Was soll das? Frag ich mich. Was soll das? Ja. Okay. Okay. Dann halt so. Ich kannte von Twitch niemand anderes mit den Namen. Hä? Ja. Alles hat ein Ende. Früher oder später. Macht jetzt auf die Distanz deutlich weniger Schaden. Das heißt, das kann ich mir sparen. Ich versuche dir mal von hinten ein Stück weit anzulaufen. Moin noch Stephen King, moin noch Dieter und moin noch Volker. Ja, wie sieht es aus, Ben? Massiv neuer Patch, sage ich dir. Alles dabei, was du dir vorstellen kannst. Ich will noch nicht zu viel verraten. Außer du spielst zurück. Dann vielleicht schon. Hättet ihr gedacht, dass der Supermarkt Simulator so Spaß macht? Ich habe vorhin mit meiner Freundin drüber geplaudert, weil die auch da saß und nachdem. Ich meine, die kennt das hier ja auch alles, ne? Und puh, ne? Also, der meinte auch. Ja, okay, ne? Ich meine, cool. Also meinte sie. Aber irgendwie nicht damit gerechnet. Was macht der denn da, der? Irgendwie so. Interessant es ist. Ich habe eben gerade das VOD von Super Maximum Flayer gesehen. Nice, oder? Ist halt echt so die Sache, ne? Ist schon nice. Wie witzig. Da hat er die halbe Zeit auf dem Dach rumgegammelt und wird von dem anderen vom Dach weggeballert. Dächer sind auch was Tolles. Mit Dächern stehst du grundsätzlich über den Dingen. Ich mag Dächer. Wenn es uns eins vor mir gehört. Oh? Festrollen. Weiter. Oh, noch ein Mischuppe. Ich muss jetzt mal hören und so. Ja, da ist er. In dem Haus. War schon sehr, sehr leise. Ich hoffe mal nicht, dass er mich gecheckt hat. Ist die erste Runde. Ich würde gerne als erstes schießen. Hab ich es gehört? Ich glaube es. Ja, er hat mich gehört. Ja, er hat mich gehört. Schade. Schade, schade, schade. Sogar aus der Hüfte noch mitgenommen. Aber trotzdem schade, schade. Das war, das war ein witziges Draw. Boah. So. Ne, letztens hatte ich noch, letztens meinte ich noch von wegen. Ich fände es ein bisschen doof, dass man hier, wenn man, wenn man schießt und dann stirbt. Dass seine Kugel, die unterwegs ist, keinen Schaden mehr macht. Das ist das typische. Beide haben eine Sniper in der Hand. Schießen beide sich gegenseitig in den Kopf. Wo du siehst so noch, wie die Kugel ankommt. Aber es passiert nicht. Oder auch umgedreht. Ganz, oh, schöne Map. Oder umgedreht, halt genau dasselbe Ding. Ne, du, du triffst den zuerst und du merkst, du kriegst sogar noch das Feedback. Dein Charakter macht sogar noch diesen Kick nach hinten, weil du den Header kassiert hast. Aber du kriegst keinen Schaden mehr. Weil der andere halt tot ist. Das ist halt eigentlich ein bisschen doof. Aber so... Ach, dasselbe von vorhin. Aber, ne, so mit der Variante von eben gerade ist es möglich. Oh, noch Italian Strike. Ich danke dir auch Remi Yates und Captain Handsome. Ich danke euch beiden für die Follows. So läuft das halt. Jetzt haben wir, glaube ich, meine KD zerstört. Ich glaube, wir sind nämlich immer noch dieselbe Season. Ich spiele ja relativ selten Solo. Ja, deswegen ist da immer eine recht gute Chance dabei, das möglichst, das möglichst zu verzerren. Und aktuell ist es sehr verzerrt. So, wo wollen wir denn hin? Da hin und dann hier und dann irgendwie so? Habe ich, glaube ich, gepennt, oder? Ah, nicht so tragisch, nicht so tragisch. Das springe ich woanders hin. Dann springe ich. Äh, ne? Ich spring da. Mal noch Thomas, mal noch Hyper Raptor, mal noch Big Bon Theory. Mal noch die da. Mal noch die da. Ja, ich bin ehrlich. Ich war so kurz davor, den Supermarket Simulator zu spielen. Boah, noch Killer Schnecki. Tatsächlich schon. Tatsächlich schon, ja. Wir gehen beide da rein. Das Ding ist frei. Das ist auch frei. Ich loote da. Und dann schauen wir weiter. Das will ich. Das will ich nicht. Das will ich. Das will ich nicht. Das nehme ich auch nicht mit, weil ich noch eine Stunde noch habe. Yay. Thompson. Ha! Obwohl jetzt ja, ne? Rebalance und so. Wenn du näher rankommst, müsste das ja mittlerweile ganz geil sein, eigentlich mit denen. Das macht die einfach stärker, sodass man sie richtig spielen kann. Das fände ich voll toll von euch. Und warum beschießen die sich da hinten noch nicht? Ernsthaft? Warum beschießen die sich noch nicht? Also da sind sie noch, wie wir sehen. Jetzt beschießen sie sich. Aber nicht gekillt. Also mich haben sie jedenfalls noch nicht auf dem... Zettel? Zettel wollte ich sagen. Faktor. Oh, schöne Wahl. Schöne Wahl. Die MPs sind jetzt nämlich stärker geworden. Nein, eigentlich sind sie nicht wirklich stärker geworden. Wir sagen ja selber Rebalance. Das trifft es eigentlich ganz gut. Gut. Hat er denn da ständig mit seiner... Mon Reine. Hallöchen. Hat er denn da ständig mit seiner komischen Panzerfaust da hinten? Keine Granate habe. Ich habe keine Weste. Das ist... Sehr unglücklich. Würde ich mal sagen. Westen helfen grundsätzlich ungemein. Ein bisschen... Ein bisschen. Jetzt sind wir hier. Jetzt bleiben wir hier. Westen. Schon Westen. Weil der Dude mich mit der Panzerfaust natürlich schon durchaus interessiert. Ist es nicht? So ein bisschen. Mal noch Partei ohne Fly. Super Reine. Hättest du nichts? Sack. Es ist kurios. Sehr, sehr kurios. Was da passiert. Wir sind doch gut in der Zone. Fack ist, sehe ich den hier oder sehe ich ihn nicht? Können wir noch zurück zu dem mit der Panzerfaust gehen. Ich gehe mal zu dem mit der Panzerfaust. Muss nämlich schön erstmal auf Distanz sein erwischen, dass ich mir eine Weste holen kann. Jeder Body shot allein mit einem Karabiner oder so. Puts. Das war's. Instant weg. Da habe ich irgendwie nicht so groß Bock zu. Args. Habe ich einmal mal vorgelesen wegen... Angels and in Peace sind nur an der Karte. Warte, 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 warte. Wie auch und dann wieder nur und dann... Spielt einfach auch keine Rolle. Tatsächlich nicht. Das ist halt das, das ist das grundsätzlich, was ich damit sagen wollte. Es spielt tatsächlich einfach keine Rolle. Da diese ganzen Veränderungen, die MPs nicht so sehr verändern, dass sie auf einmal gespielt werden. Also die, die vorher schon MPs gespielt haben, so wie ich, werden es noch weiter tun. Und alle anderen, die Metawaffen spielen wollen, werden noch weiterhin keine MPs spielen. Das erinnert sich nichts. Okay. Das ist halt einmal so. Irgendwie war mein erstes Gelände jetzt nicht sonderlich, ergiebig. Guck mal. Was du hier auf so einem komischen Gedöns hier einfach so in der Wildnis einfach findest. Es ist doch schon irgendwie... Gefühlt auf jeden Fall mehr wert, als alles, was ich so davor gefunden habe. Vielleicht würde ich sagen, wir gehen mal den komischen Moppet-Boy hinterher. Mal noch Robert. Supermarkt-Simulator ist beliebter als Super-A-Spiel. Ja. Aber Scan & Bones war ja durchaus auch hier und da ein Stück weit kontrovers. Vor allen Dingen halt nach der Marketing-Sache, die sie da... Die Strategie, die sie gefahren haben. Das ist ein Quadro-A-Spiel. Damit... Du sie dir halt im Schnitt auch jetzt nicht so den Großen gefallen. Das ist halt so. Nicht umsonst sind es ja schon gute Stücke auch mit dem Preis runtergegangen und so ein Spaß. Das kommt alles ja auch nicht von ungefähr. So, da hinten war der noch drinnen im Gelände. Jetzt gehen wir einfach mal hin. Gucken, was passiert. Habt ihr gemerkt? Der hat einen MP gespielt. Habt ihr mich erschreckt? Habt ihr mich erschreckt? Die war... Zu kurz. Hab ich ihn auf Ideen gebracht mit der Nate? Wir scheinen mehr zu haben als ich. Hoffen wir mal nicht mehr als zwei. Es sei denn, ein zweiter kommt noch mit dazu. Dann... Dann wird's eklig. Mist, Mist. Mist. Ich hab meine sehr kurz 50 Schaden. Ja, siehst du mal. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so zweimal getroffen haben oder so mit meinem Strength. Irgendwie war's dann im Dreh. So. Ehrlich gesagt, kein schlechtes, aber demnächst auch kein Quadrupelspiel. Er ist keine Boats, ja. Finde ich auch. Das ist halt immer das, was ich so ein bisschen immer meine von wegen, wenn sie Spiele zu ernst nehmen oder auch Serien oder so teilweise zu ernst nehmen. Macht's dann tatsächlich meistens irgendwie eher so ein bisschen cringy. Wenn die einfach das nehmen würden, was sie sind oder was es sein soll. Das war ja nicht schlecht. Scalipones hat mir mega Spaß gemacht. Aber halt auch mehr auch nicht. Und das, was sie dann versucht haben, irgendwie daraus vor allen Dingen medial zu machen, das war's halt nicht. Und das war auch irgendwie, gefühlt einfach jedem klar. Sich dann da noch hinzustellen mit dem Quadro A. Da ist halt, das macht's halt dann irgendwie eher komisch. Das Witzige daran ist halt, dass das umgedreht ja durchaus gut sein kann. Wie gesagt, Star Trek ist das beste Beispiel bei einer Serie. Das ist sowas von trashig, Star Trek. Aber das braucht es auch, weil das ist halt auch Star Trek. Das macht das Ganze auch so legendär, ne. Also deswegen einfach so und dann kostet schon irgendwie so halbwegs. Ja, sieben Jahre. Sieben Jahre. Wuuuuh. Dazu schmeiß ich eine Runde G-Coins. Äh, jetzt. Ja. Ja. Ist es so laut, wie es sich auch für mich anhört? Ich stimme mal auf Ja. Ich gehe mal ein kleines Stückchen weg, weil ich glaube tatsächlich, dass es laut ist. 99 Leute. Meine Güte. Und auch RZB-Funkwelt-Stefan-Yuuuutube. Ja. Das Beste, das Beste, was Scun and Bones passieren konnte. Und das hat es ja, ist halt wirklich, dass es so ein, dass es in diesem komischen Pass da mit drin ist von Ubisoft. Ja, das ist echt ganz gut. Das ist so ein richtig schönes. Ach, gucke mal, wenn ich mir den Pass eh hole, dann können wir ja mal nächstes Wochenende ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ne. Bei, bei Scun and Bones durch die Gegend schibbern. Und so. Wollen wir uns ein paar Schiffchen, machen ein paar Quests und so und dann ist es auch wieder gut. Das ist das perfekte Spiel für. Aber mir halt auch nicht. Nice. Super nice. Mega nice. Sieben Jahre. Sieben Jahre PUBG. Ich bin mal gespannt, ob sie den Sprung am Ende des Tages wirklich schaffen. Ähnlich wie ein Counter-Strike oder irgendwas. Dass die mit einem reinem Grafik-Update, und das ist ja angekündigt, dass die Engineern irgendwann wechseln werden und so weiter. Dass das, ob das wirklich so funktioniert. Ob das wirklich quasi so zeitlos wird. Irgendwann wie ein Counter-Strike. Jetzt nicht in der Masse der Spieler, ne. Das ist es ja jetzt schon nicht. Aber so die Richtung. Das wäre schon mal interessant. Mal noch Temo-tios. Aber was vor, das kriegen wir so nicht. Jetzt müsste ich ja rein theoretisch mal so eine, ne? So eine kleine MP auspacken. Zumindest mal schauen, ob ich einen Unterschied spüre. Ich weiß, dass das nicht der Fall sei, ne? Aber ich würde es... Ich würde es mal versuchen. Das wird spannend. Das sind aber keine MPs. Was soll das denn? Oh, so weit? So weit, so ungefähr. Ich mach mich mal auf. Der Nate habe ich leider keine. Ich habe ein Visier. War schon mal gut. Achso, ich habe eine Blattgranate, ne? Jetzt müssen wir nur noch den finden, der da noch geballert hat. Ja? Habe ich da gerade noch ein... Habe ich da einen Helm gesehen? Fenster? Ich glaube, ja, für eine Super-Midi-Sekunde. Habe ich tatsächlich schon. Oder? Ich glaube, ja. Geh mal hier ein bisschen weiter rüber. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz so sicher. Habe ich gesagt. Warte mal. Ne, ne, das passt schon. So rum wollte ich es. Genau. 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 Das war mal ein Zaun. Für eine kurze Zeit. Ja. Hätte hier drüben, glaube ich, noch so ein halbes Stündchen länger looten können. Gar nicht so sehr beeilen brauchen. Schön ist im Zweifel, wenn ich mich genau richtig an die Kante stelle. Dann siehst du gerade so nur das Eisgröhnchen hier oben drauf. So. Wenn ich so ganz leicht schräg stehe, noch dazu. Gibt sich gar nichts. Bitte. Bitte. Was ist mit der Zerstörungs-Engine? Ja, ja. Ist halt immer so die Sache. Ähnlich tatsächlich auch wie bei Skull and Bones. Ich bin im Vorfeld da sehr vorsichtig. Sagen wir, wir schauen einfach mal, was da so kommt. Was da so passiert. Wenn es dann da ist, dann bewerten wir es. Mark Farb ist von heute an Mitglied. Ist das mal so ein Enginewechsel? Ja. Den sehe ich. Zerstörungs-Engine? Weiß ich nicht so genau. Tja, keine Ahnung, wo der ist. Achso. Er läuft nach hinten links. Das ist interessant. Alter, in den letzten... Das war eine Kugel? Okay. Krass. Der DP. Ja, 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 ja. Das wird ja immer besser. Ich will das ganze Zeug doch gar nicht so spielen. Jetzt. Was jetzt? Der hat mir sogar den Kopf geschossen und der hat das ausgehalten? Der schießt mir... Macht mir so viel Schaden mit einem einzigen Treffer auf die Weste? Okay. Vielleicht sollte ich die DP spielen. Naja, was soll's. Okay, wir müssen zur Zone. Das sollten wir auch machen. Ich komme in die Jahre wehen. Hundejahren 7. Videospieljahre sind 49 Menschenjahre. Ah, ne? Also ich sag mal, über die Zeit sind auf jeden Fall immer mehr Leute da halt irgendwann abgewandert. Also zumindestens die Konkurrenz ist irgendwie größer geworden gefühlt, so über die Jahre. Was denn sage ich ja? Ja, also Counter-Strike ist so dermaßen... Hat so eine felsenfeste Community. Das weiß ich nicht. Als ob die doch in 20 Jahren noch was anderes spielen. Also niemals. Ah. Guck mal. Damit kann man doch schon eher was anfangen mit so einer Ace. Das ist doch... Das ist doch was Spielbares immerhin. Äh, da brauchen wir nicht. Aber... Wir müssen mal gucken, was hier dabei... Dann am Ende des Teils auch wirklich bei rumkommt. Was davon was ist. Und ob eine Zerstörungs-Engine... Ah, wir machen es mal. Eigentlich wollte ich ein bisschen dabei bleiben, aber... Wir machen es mal aus dem einfachen Grund... Weil ja das Update sich ja auf die MPs bezogen hat. Also spielen wir es mal ein bisschen. Ich werde mich tierisch ärgern, sobald wir das erste Auto treffen. Aber ich habe mir eigentlich geschwommen, mich davon nicht mehr treiben zu lassen. Ich mag MPs. Ich mochte vorher schon MPs. Und auch wenn sie halt insgesamt eher ein bisschen schwächer auf der Brust sind... So spielen sie halt trotzdem. Ich muss ja einen Spaß haben. Machen wir das auch. Moin, Abes. Moin, moin. Tja. Ich warte vergebens aufs Grundeinkommen. Ich habe groß geerbt. Ja. Ich will nicht angeben. Aber... Reichstellig ist die Zahl schon. Das reicht auch erstmal. Und jetzt versuche ich hier die Lehre halt einfach durchzukommen. Bis wir irgendwann an dem Punkt sind, an dem es das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Noch halte ich durch. Ja. Für die Daumen. Könnte noch etwas dauern. Aber... Bisschen Reserve ist noch da. Und noch Kalee. Moin, moin. Schönen guten Abend. So. Immerhin habe ich einen Griff an meiner Vektor. Ist das nicht geil? Moin, auch Eric. Oh, wir sind ja Süßheitsrasse. Okay. Was soll das heißt? Wie bitte? Wie? Zurück. So, wenn... Das wäre durchaus... Das wäre durchaus eine Variante. Sagen wir mal so. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Joa. Da machen die ein neues Update. Ja. Für MPs. Und verstecken gefühlt alles für die MPs. Komm schon. Attachments. Übrigens, und das mal jetzt ernsthaft, ne, wieder, ne, nach dem Update. Prüft auf jeden Fall eure Spieldateien. Auch bei mir waren wieder nach dem Update ein paar Spieldateien im Arsch. Der hat tatsächlich wieder ein bisschen was runtergezogen. Macht das. Das bringt's. Ohoho. Ohohoho. Ist ja... Ist ja fast nützlich. Jo? Meinst du? Wozu es? Mit dem... Was? Wie? Oh, was? Ich dachte, das ist mit MPs wäre nur ein Arcade. Ja. Ich bin mittlerweile selber verwirrt, wie er feststellt. Glaube ja, es ist nur ein Arcade. Aber ja, ich will halt, wie gesagt, selber so ein bisschen MP spielen. Vor allen Dingen Beisen, wenn man sie findet. Jetzt habe ich gerade keine. Also nämlich eine Vektor. Mit ganzen 19 Kugeln. Wer braucht schon mehr? Was meinst du mit dem Joke, Timotius? Mit der neuen Engine? Nein. Das wird kommen. Zerstörungsengine? Ja. Das wird kommen. Ich glaube, nahezu alles andere, was ich gesagt habe, war wahrscheinlich nicht ernst gemeint gewesen. Aber vielleicht haben sie sich halt auch gedacht, ne? Battlefield ist ja durchaus jetzt, in letzter Zeit, sagen wir mal, etwas schwererem Fahrwasser unterwegs. Vielleicht haben sie sich gedacht, da gehen wir doch etwas zu holen und schwenken jetzt so ein Stück weit in die Richtung. Was wär's doch. MP Magazin. Oder aber Beisen. Irgend... Ah. Na bitte. Na bitte. Okay. Übertreiben sie es ja schon fast. Ja, das ist schon gruselig. Wenn sie mir jetzt noch ein taktisches geben, ja? Traust du mir schon gar nicht mehr zu sagen, ja? Aber dann wäre das ja... Dann wäre das ja fantastisch, wäre das. Ich glaube eher nicht. Das ist meine üppigen dreistelligen. Ja. Das ist auch dreistellig. MPs magst UC los. Nein. Nein. Ich mag... Reisen. Ja. Ich mag die MP5. Ich mag sogar auch die Vector. Die MP9. Die J ist 9. Warte mal. Jetzt komme ich nicht ineinander. Naja, auf jeden Fall sowieso. Das ist ganz okay. Aber... So drumherum. Ähm... Joa. Ich mochte die UMP mal. Als sie noch gut war. Als sie nämlich noch 9er verschossen hat. Ansonsten. So. Woher müssen wir denn? Oh, wir müssen tatsächlich nach Primorsk. Cool. Oh. Einer hat das Sniper Battle gewonnen. Denkst du, als wär's der am Feld? Ich guck mal. Vielleicht sehen wir ja was. 1,01 Euro ist auch dreistellig. Ja. Na. Siehste. Da gibt der Eric wieder an. Ich wusste es. Oh, ja, 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 ja War sogar der aus dem Feld Der auf dem Fahrrad natürlich nicht Ah, der auf dem Fahrrad wurde auch in Empfang genommen Ich habe kein Dings bekommen Kein Assist War das der, der auf mich geschossen hat Vorher mit dem Moped? Er mit dem Grundeinkommen Doch, du bist Journalist Ja, natürlich war das ein Spaß Deswegen habe ich ja extra gesagt Dreistellig, damit das Klar ist, dass das katholisch nicht funktionieren kann Nö, nö, nö Also Content Creator oder was auch immer Dergleichen gibt es als Berufsbild So nicht Deswegen, ja Gelte ich offiziell als Journalist Journalist kann aber auch quasi jeder sein Jeder, der zweibeinig Ohne zu taumeln Durch so eine Tür kommen Und davon berichten kann Der ist quasi schon Journalist So einfach geht das Aber ich schätze mal Das ist halt Das was dem Ganzen So wie so ein Stück weit Am nächsten kommt Und dementsprechend Geht halt halt irgendwie so Das ist aber auch nicht Auf meinem Mist gewachsen Das habe ich mir tatsächlich Mal abgeschaut Was man da so macht Und wie Und irgendwas dergleichen War das noch außerhalb Oder ist das schon innerhalb Zoom Da sind welche drin Drüben sind definitiv auch welche Ich lauf durch die Mitte Das ist das Beste Mal noch Machiavelli Guten Abend Ich lauf durch die Mitte Das habe ich dann nicht warm geschossen für die Nummer. Drei Versuche. Nein, was liegt da auf der Straße? Sieht irgendwie aus wie ein komisches Auto. Das Gelände links ist komplett nicht mehr drin. Zone wandert schon. Ja doch, die wandert schon. Ist da zwei Flieger schon in der Luft? Übel. Jetzt wird es eine Runde offener. Ah, der fährt. Okay. Aufpassen. Kein Bock überfahren zu werden. Ich habe eigentlich nur kurz rollen lassen. Gehört, wie er ihn kurz rollen lassen hat. Aber okay, 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 okay. Ich danke dir auch, Freddy. Für eine 19 Monate Prime Abonnement. Danke sehr. So, jetzt weiß der natürlich, dass ich hier bin. Da habe ich mir eigentlich keinen Gefeil getan. Diese Flieger. Das ist ja echt noch schlimmer. Moin, 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 Moin. Ich kann ihn eigentlich nur auf der Seite umlaufen. Da sind die hier. Hit. Jetzt versuche ich es. Da der eine zumindestens weg ist, werde ich es versuchen. Danke, Freddy. Guten Abend. Hat er mich gesehen? Ich weiß nicht, wo er ist. Glaub von oben. Ja, jetzt sehe ich ihn. Geil. Okay. Nee, das kann ich nicht machen. Ich habe keine Koffer mehr. Das ist jetzt eher unschick. Das gegen eine P90 im Nahkampf. Das wird spannend. Ich habe keine Ahnung, wo der eigentlich wirklich hin ist jetzt, ne? Aber ich lebe irgendwie noch. Und dann ist das schon mal ein bisschen was wert. Moin, Tonia. Hello. I'm fine. I hope you too. Moin, Moss. Danke dir für die 18 Monate. Beim frischen Rot. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt müsste er eigentlich auf die P90 umtreffen. Aber P90 hat auch gerade irgendwas gekillt. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. 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 Eins, zwei. 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 Eins, zwei, drei. Was geht denn da los? So richtig die 7er kenne ich dabei aber auch nicht. Ah ja. Ich glaube, das war in chinesischen Schriftzeichen oder so, die 7. Die holigen damit einen Großteil ihrer gesamten Spieler-Community. Auch in Zukunft, ne? Werden wir davon mehr sehen. Was war das denn? Es gab ein neues Update. PUBG ist jetzt 7 Jahre oder 7 Jahre geworden. Dafür haben die quasi so ein Geburtstags-Update rausgehauen mit ganz tollen Sachen. Moin auch Torsten. Guten Abend, Duras. Oh? Der war schneller. Deutlich schneller. Ich dachte, ich hätte die Zeit noch gehabt für die SLR. Ich wollte mich da wieder schön oben draufsetzen und so. Ah, die Zeit haben wir nicht gelassen. Schade. Jetzt muss ich mal gucken mit der Karriere. Ja, ist es das noch? Ja? Das ist tatsächlich noch die alte Gedöns. Da wird wahrscheinlich die neue Season jetzt irgendwann dann demnächst irgendwie eröffnet oder so. Irgendwann zu dem Dreck. Definitiv. Definitiv. GG. Und da ist es wieder. Alles für die Cupcakes. Das Geräusch dabei ist herrlich. Hey? Irgendwie... Ist das die Trefferzone? Auf jeden Fall bleibt es so ein bisschen in der Luft hängen, so wie das aussieht, oder? Ups. Ich muss da weg. Da ist mir definitiv zu viel Fröhlichkeit. Beziehungsweise, wenn du es ein paar Mal zu häufig hörst, dann wird es auch irgendwann echt übel. Oh. Geil. Ich habe noch eine Paketlieferung bekommen. Gut, dass ich die ganze Zeit da war und davon gar nichts mitbekommen habe. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich weiß es auch nicht. So. Versuchen wir es doch noch mal zu dem Spot. Becker, Attacker. Hängt zurück, oder? Irgendwie sowas auf jeden Fall. So. Gib mir bitte eine der MPs, die im Arkade-Bereich verändert wurden. Und auch Novi Space. Moin, moin. 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 Ein weiter Weg bis zu deinem Lieblingsgelände. Ein sehr weiter Weg. Spontan wie immer bei uns da. Kann sich jede Runde irgendwas ändern oder halt auch nicht. Wo sieht's aus? Zwei. Eins, zwei. Äh. Zwei. Zwei. Vier. KFC. KFC. So, dann stellen wir uns mal auf. Ich hab allzu weit ist er nicht gefahren mit dem Auto. Oh. Ich hab wunderbare 30 Kugeln. Ja, super. Hier guck ich mir weiter an. Ich meine, Rico. Mach dir. Ja. Ja, perfekt zur Ablenkung. Da sind nämlich noch mal eins, zwei rein. Ich versuch's mal rüber zu gehen. Wir können ja zumindest schon mal den looten, den ich jetzt gerade abgeballert hab. Eine Weste. Spaß geht wieder von vorne los. Nett. Oder? Tja, eigentlich müsste ich jetzt noch mal zur AK wechseln. Ich mag die AK. So, überhaupt nicht. Äh, mittlerweile. Wohl, eigentlich war sie mal ganz geil, aber... Mittlerweile spiel ich so andere Waffen, dass es gar nicht mehr mehr so einfach ist, das alles übernommen oder irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Musst du mir auf jeden Fall mal... Ja, ja, ich bin Solo unterwegs. Sieht man unten links immer, ne? Auch da, wenn da Namen stehlen und so. Äh? Äh? Och, nö. Schneesturm. So, wie viel waren es? Jetzt sind es drei weniger. Das kann sogar fast alles gewesen sein. Ich weiß, dass in die Richtung noch was ist. Wahrscheinlich genau da. Das heißt, ich würde doch eiskalt mal in die Richtung gehen. Gucken wir mal, was so geht. War noch Legende los. Ich bin doch leicht irritiert, muss ich sagen. So ein klitzekleines bisschen. Oder? Also beim Auto habe ich nicht umsonst mehr immer den Namen angeschaut. Da hätte ich ja fast darauf schwören können, dass es ein Stream-Sniper ist. Also der uns nichts Böses will, aber... Irgend so ein positiver Stream-Sniper sozusagen. Ah, wäre ganz gut, wenn er mich erstmal nicht unbedingt sieht. Ich will zu gelb laufen. Ich bin halt ein großer Verfechter. Nicht von Autos. Ich mag es durchaus auch mal ohne Autos zu spielen. Mit dem Nachteil, dass du halt da einen Nachteil hast. Dementsprechend... Gerade so auf offener Flur. Guck mal, da fahren sie alle hin und her. Warte mal, vielleicht sollte ich auch in die andere Richtung eher. Vielleicht sollte ich mir den Wagen nehmen und eher in die Zone fahren. Ich glaube, ich mache das lieber so. Okay, Paul. Moin, moin. Was trotzdem so ein bisschen, oder? Guck mal, das ist ein schicker Griff. Kann man machen. Da, da. MP. Yay. Der Wahnsinn. Sogar schon gar nicht so schlecht ausgerüstet. Das kann man durchaus machen. Ich dachte gerade, ja. Nee, nee. Nee, nee. Auch positives Stream-Sniper ist im Endeffekt Stream-Sniper. Das ging ja nicht. Weil der verzerrt das ja und so, oder? Aber es sah echt so aus. Als wenn er versucht, den für mich abzulenken, dass ich ihn bekomme oder sowas. Ich glaube, der hat sich da generell irgendwie nur Spaß erlaubt. Oh ja, was soll's. Kommen wir mal rein. Dann können wir die Kiste auch schon wieder loswerden. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Ja, ein bisschen laufen. Schön im Schnee, so ist das geil. Richtig, richtig toll. Die Luft. Ehrlich. So ein Achter hätten sie mal rüberreichen können, oder? Haben wir so viele Leute. Ey. Okay. Was ist das? Was kann das? Was soll das? Habe ich mir das eingebildet? Wer hat es auch gesehen? Hat es eine Wehre nicht überfahren? Ich weiß nicht, ob er eine Wehre überfahren kann. Keine Ahnung. Ich hoffe aber nicht, dass ich auf ihn treffe. Oder auf die Wehre. Ich habe echt nicht so viel Munition. Und gerade bei der Neuner bräuchte er wahrscheinlich wieder irgendwie sieben Magazine oder so, da der Umfeld. Und ich brauche meine sieben Magazine schon für die ersten zehn Prozent des Panzers. Äh. Ah, schieße nicht drauf. Oh, noch Hups. Ja, genau. Ich habe es gesehen. Bei den Konsolenspielern kommt das Update irgendwie erst später. Aber. Immerhin kommt. Ja. Ey. Der haut da schon rein. Das ist doch ein Todesser. Todesser war Harry Potter, ne? Ewig her. Aber ich glaube... Ich glaube, das war Harry Potter. Was ist das denn jetzt hier? Ich glaube, das war irgendwas zu dem Dreh. Würde mich einmal durchaus interessieren, inwiefern solche Updates überhaupt auch für die Konsole zugeschnitten sind. Oder ob da nochmal Veränderungen dabei sind. Weil die Patch-Notes vorhin, da habe ich auch Sachen von der Konsole direkt gelesen. Aber ich meine, wir spekulieren ja schon immer, inwiefern die ganzen Änderungen oder was alles dazukommt, am Ende des Tages sich gar nicht mehr in den europäischen Spieler richtet. Ich glaube, das war's für die Konsole. In dem Glende war auf jeden Fall auch noch eine Nade. Ah, guck mal, die haben gefightet. Das war zu niedrig. War unbedingt ein 8er-Visier. Oh, ich seh noch irgendwas von ihm. Jetzt soll ich ihn definitiv links verbauen, nämlich gucken. Ich bin auch nicht mehr drin. Zumindest will ich mir mal eben mein Auto sichern. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich hier im Gelände noch was hatte. Also eine Nade ist hier auf jeden Fall hochgegangen. Ich glaube, ja, vier Sekunden. Ich werde mal in die Zone gehen. Ja. So geht's auch. Ach, Lukas, was sind die größten Änderungen? Gibt keine. Das ist eigentlich so ein reines hier sieben Jahre... Ding. Das ist quasi genau das Perfekte, wie es beim echten Geburtstag halt auch ist. Ja. Und, wie fühlst du dich jetzt mit 34 statt mit 33? Ja, ganz anders. So ungefähr, genau das ist es hierbei auch. Und auch Eluki. Moin, moin. Meistische Veränderungen sind 1 zu 1. Krass. Das ist krass. Lerne Veränderungen kommen erst später, okay. Ja, aber... Art. Ich meine, das Spiel da, ne? Von Konsolen zu PC müsste ja eigentlich schon ziemlich große Unterschiede... Oh, das ist sie da. Oh, ja. Ist ein Auto abgestattet? Snipe Ah Ah, wird gekämpft Ah Schussi Ist das lauter? Das Witzige ist, der andere im Lager hat wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass sein Gegner gekillt wurde Ich glaube ich habe ihn schon gar gesehen Ah, doch nicht Aber jetzt habe ich ihn gesehen Flieger Irgendwie sind sie witzig Aber die können auch schon hart nerven Oh, war das ein Bär oder war das ein Gilly? Es ist ein Bär Dann habe ich vielleicht aber den gesehen eben gerade Das könnte durchaus sein Ah, da hinten haben wir einen Ziemlich hart im Zentrum Er gefällt mir eigentlich gar nicht so sehr Aber irgendwie Ansonsten geht es noch halbwegs Noch noch Tilly Guten Abend Der wird noch ein bisschen laufen müssen Der aus dem Gelände ist mit dem Auto weggefahren Ach Du hörst einfach noch immer nur die ganze Zeit den Flieger Das ist Wenn du dann wie vorhin in der ersten oder zweiten Runde was hörst Dann hast du dann irgendwie zwei die ganze Zeit, die dich rüberfliegen Hörst du nicht mehr allzu viel Oh, guck mal Der ist schon deutlich weiter Das sind mir die Liebsten, die zwischendurch stehen bleiben Ah, schlecht Bin nicht ganz drin, aber es passt noch so halbwegs Dann müsste ich gut wegkommen Und die, die jetzt schießen, müssen auch mich zu Das ist immer ganz angenehm Zum Beispiel So einer Ich komme gleich noch ein zweiter dazu Und noch ein dritter Ich hasse Autowarfe Es ist so nervend Dann auch aus dem Winkel Und allem, weißt du Es ist echt Du kannst ihn kaum treffen Und irgendwas Einfach Das Ganze mit dem Auto Einfach mal rückgängig machen So, so, so Und noch Powercast Moin moin Ja, der hat mir das Skorpion geschossen Kannst du so wenig gegen machen Spätestens halt im Solo Und jetzt hatte ich mich sogar noch halbwegs hochgehalten Ich hätte es jetzt mit einer Nate versucht Weil da kann ich ja den Spreng-Wirkung wenigstens Insgesamt einsetzen Und muss nicht an irgendeiner komischen B-Säule vorbeischießen Das hat nicht geklappt Aber der kann das halt irgendwie schon Aber das war natürlich im perfekten Augenblick Als die anderen da auch alle unterwegs waren Aber natürlich ein bisschen Bisschen für den Arsch Moin auch Ich würde ja sagen Da wünscht man sich eine Panzerfaust Aber die Panzerfaust macht ja nicht viel Das ist ja der, das ist ja der tützige Das ist MG Aber ich wusste ja, was passiert Ja, so klitzekleine MGchen Im Community-Tab bei Daisy Bei PUBG Ich hatte ein bisschen was geschaut Wegen des Updates Ob man noch ein bisschen was zusammenlesen kann Dann so zwei gezeigt Die im Duo Dann mit zwei Mit zwei Panzer Dann quasi Ohne einen Schuss abzugeben Dann halt gewonnen haben Die haben ja am Ende des Tages Haben sich immer nur so versteckt Mit dem Panzer noch so halbwegs Und immer wenn die Leute halt Moven mussten Haben sie die angefangen Dann irgendwann zu überfahren Und so Und ich mir auch dachte Löscht Löscht einfach deren Account Bitte Schmeißt sie einfach raus Und die Panzer gleich mit hinterher Auf der alten Da haben ja PCs in der Regel schon Und so einen klitzekleinen Vorteil Klitzeklein Klitzeklein Ich danke dir Mark Für die 31 Monate Vielen Dank Ich weiß nicht ob ich kino Im Prinzip ist es wie immer Es ist eine relativ spontane Angelegenheit Wer da so mitmacht Und wer nicht Das klappt mal besser Und mal nicht Aber ich kann mich eigentlich An kaum einen Abend erinnern An den das nicht nur so Maximal so ein, zwei Hündchen Vielleicht gewesen sind Aber wir werden sehen Aber da das neue Update heute kam Wollte ich auf jeden Fall Noch mal reinschauen Wenigstens mal gucken Ob da irgendwie was ist So ein Stück weit zeigen Das wollte ich schon mal Jetzt bin ich aber sehr spät Oh es wird eine Inselzone Okay ich bleib hier Können wir straight hier looten Und noch mal Oh Oh Sacken Nein das nehme ich auch Das nehme ich Bam Ein Holovisier Sehr Stehe ich ja nicht so sehr drauf Aber ist okay Okay wir den Neues Nichts Quasi nichts Quasi nichts Das ist so ein reines Wirklich Geburtstagsgedöns Hauptsächlich halt wirklich Eher so optischere Sachen Und so ein Spaß Ist Ganz okay Falls man echt Gar nichts anderes findet Na guck mal auf der anderen Seite Mal Ich danke dir Powercast Franzi Für die 5 Monate Prime Abonnement Danke sehr Der Prime haben wir nochmal Frischer roter Lachs Wollte ich sagen Lecker schmecker Lachs Ja Lachs ist halt auch geil Vor allen Dingen der rote Lachs Ist immer noch mit Abstand Der beste Lachs Spiel Rucksack Dieses etwas Da wo du Dinge reinpacken kannst Rucksack Das würde ich sogar schon Eher spielen wollen Na bitte Schön Schön Mal machen oder Kann ich rein theoretisch Auf straight dann schon mal Zu Ace auch wechseln Ich spiele die Ace echt lieber Als die Ork Und zwar deutlich Ja die Konsolen sind halt Deswegen immer so stark Weil die halt Diese komischen dynamischen Auflösungen fahren Und das ist tatsächlich Ziemlich gut Vor allem halt bei Singleplayer Bei Multiplayer ist das Immer so eine Sache Weil da musst du halt Gewisse Sachen auf Größere Distanzen darstellen Wie war das hier weit Wie weit fliegt hier eine Kugel Bis die dann gelöscht wird Sozusagen Ich glaube 2 Kilometer Oder so Ja das heißt So In dem Bereich Müsste man Schon so ein bisschen Was am besten sehen Das wäre nicht verkehrt Ja aber das kann Auf so einer Konsole Dann durchaus Ein bisschen schwierig werden Und hier Schon besser Neut ist besser Gut 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 Wenigstens so eine Handvoll Jetzt wäre ein MG auch cool Oder So ein klitzekleines MG Ah gucke mal Gucke mal Bleib ich sogar bei der Ace Ich glaube ich bleibe erstmal bei der So eigentlich will ich ja die MP spielen Naja Ist mal halt so macht Ich kann eh gleich nichts damit nehmen Sollte aber auch erstmal reichen Da kommt mir nichts mit Altersblindheit McFly mit 40 Ich meine allzu weit von den 40 Bin ich ja jetzt auch nicht mehr entfernt Wenn das stimmt Dann habe ich ein Problem Also Ich würde auch in den nächsten Jahren Ganz gerne noch den ein oder anderen Shooter spielen Und nicht nur PUBG Ne Greyzone ja bald Und so Ich habe auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben Ob es nicht dann vielleicht doch nochmal Vielleicht ein Battlefield für uns gibt Oder sowas Neues Ich meine ich mag Rundenbasierte Strategie So ist es nicht Aber Ah ja Ich müsste sie jetzt nicht zwangsläufig die ganze Zeit spielen Das wäre glaube ich ein bisschen Arsch Das wäre aber schön Es wäre mir wichtig Dann wäre es eh wäre es Employee Das wäresalμ qualified ones deux Und und dans Ich könnte es also Das kann ich bestätigen Die Augen und auch die Reaktionen werden Mit Ü40 Träger Das ist ja nicht so geil Aber gut Kommt jetzt auch nicht allzu erschreckend Tja, ist die Frage Lootet er noch? Okay, jetzt geht er erst nach oben Sind das 100 Meter oder sind das keine 100 Meter? Alles denn mit Nachricht überprüfen Ich weiß es nicht Das ist der Twitch-Auto-Mod gewesen Aber warum? Ja, mach einen Schritt nach links, genau Das war nicht so geil Das dauert eh was mit Updates und Installationen Ja, vielleicht Vorhin ging auch irgendwann mal gar nichts Ich wollte vorhin nicht irgendwann schon mal reingucken Und da war eher doof Erst rollen Treffer Dann haben wir Dann haben wir Tja, ich sag mal Festgesetzt haben wir Zack ja DMA Immer eher eine schwierige Sache Auch schon ein paar Rauchgranaten Um da rauszukommen Aus der Nummer Das reicht's Arsch am Arsch Jetzt gucken wir mal was der dabei hat Mit ein bisschen Glück hat er eine Sniper Und er hat Zumindest schon mal das Das ist gar nicht so vergeht Er hat die Sniper Na bitte Danke sehr Keine Sorgen Bekannter von mir ist 917 spielt Noch immer Shooter Die Frage ist wie Gut Das wäre so die Frage Ich kann meinen Papa auch hier hinsetzen Aber Ich würde mal sagen Selbst bei Arcade Könnt es dann schon ein bisschen schwerer werden Alles nur vierfach aktuell Ich brauche definitiv ein bisschen Sowas hier Ich habe eine ganze Menge Rauchgranaten dabei Das passt aber so halbwegs Ich würde sagen Apibus zurück zum Auto Und dann legen wir mal los Nicht nochmal Das war keiner da Er hat ja nicht mehr allzu viel Leben Wann ist das denn hier so ein angenehmer Spot Sag mal Können wir auch bleiben Wozu soll ich auf die Insel Ah Oh Hm Nett Schon hast du auch noch geschossen Also die letzten beiden Hier auch der da hinten Der hatten nicht mehr Da war nicht mehr ganz so viel Aber ansonsten Ja Für Für so auf Wenn du auf Autos schießt und so Ist halt Firmumuni insgesamt schon ganz geil Da kannst du einfach was willst Das ist halt einfach so Er ist schon deutlich angenehmer Als so diverses Andere Und die M4 ist da Finde ich Mit am geilsten Was so Rauchgranate Noch weiter Gib Gas Hast du mal So diese Gedenksekunde Wenn du dem Ding einfach wie auf einem Präsentierteller Einmal nur blöd in der Gegend rumstehst Boah Müssen wir weit Auch drüben noch Hm Er ist 18 mit 61 Jahren Lebenserfahrung Ja so ungefähr So ungefähr läuft es dann bei mir auch Hm Warte Aber so ne Bisschen Spielerfahrung hier und da Ist ja auch durchaus nicht zu verachten Ist aber auch eher ehemaliger Scharfschutz und Spezialerhalt Ja ne Also In Sachen Weiß ich gar nicht Ob das wirklich ein Vorteil ist Meinst du wirklich ist das ein Vorteil? Ich meine hier ist es ja hauptsächlich Motorik Maustastatur Ist ja was komplett anderes Und die Spieler haben ja mit der Mit der echten Welt und Sachen Waffen ja jetzt ja auch nicht allzu viel zu tun Um mich zu sagen Gar nichts Ich würde ja fast drauf wetten Vielleicht Geduld oder so Ah ne Auge Keine Ahnung Irgendwie sowas Hat der mich vorher gesehen oder nicht? Was meint er Ich bin mir da ja gar nicht mal so sicher Es sah jetzt so aus Als wenn er ne Das Haus von innen so anrollt Um da da irgendwann vorbeizugucken Um mir einen mitzugeben Hm 15 Energy Wir sind da verkehrt gelaufen Tja Sag mal so ne So ein kleines Auto auf Dauer wäre vielleicht doch gar nicht so verkehrt für mich Schmeiß mal ein bisschen was hier von raus Und nimm mal Sicherheitshalber Wenigstens ein bisschen was von dem Zeug mit Werd mal versuchen Ein bisschen die Beine in die Hand zu nehmen Das war so als wenn er nicht pushen würde War noch Son of Lovecraft Hallo Also der Kassierer Simulator hierher ne Den wir gespielt haben Ich glaube den kann ich auch noch ein paar Jahren relativ entspannt spielen War noch Twiggy Guten Abend Ich glaube das sollte drin sein Aber es hat immer die Frage ne Wo du am Ende des Tages sein willst Ich bleib dabei ne Lieber Lieber wirklich Irgendwann chicken strugglen Und dann Ne Dann freut man sich auch wirklich sozusagen Da drüber Naja Noch mal zu wild vom Spiel Oder ich fange einfach irgendwann an zu cheaten Aber das klingt eigentlich gar nicht so schlecht Naja Ich glaube Ich cheate einfach dann irgendwann Putz 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 Oder KI ne Ich lasse dann einfach Von der KI sozusagen Den Max mit 21 Hier hinsetzen Und der macht das dann Entspreche ich den Rest irgendwie nur noch ein oder so Wo ich meine Selbst das müsste man ja nicht mal mehr machen Oh Warum wollte er dich nochmal Das ging Einmal über den Schädel rüber Moin auch Ali Rexha Moin Dankeschön Für deine Spende Ist ich nicht ganz einig ne Wo er hin will Ich mehr auch nicht Da ist die Luft ausgegangen Ich habe noch ein paar Köfferchen So ist es nicht Aber rein müsste ich irgendwann schon Oh na Oh na Müsste noch exakt da sein Müsste noch exakt da sein Ich bin wirklich neu Und dann Ich gehe jetzt Ich gehe jetzt Ich gehe jetzt Der stirbt, der stirbt heute an Level 58. Na gut, dann darf er auch sterben. Na, na, na. Uuuuh, das könnte knapp werden, dass ich ihm keinen Header gegeben habe. Ich meine, getroffen habe ich ihn irgendwo. Aber dass ich davon gar nichts gehört habe, als ich dran stand. Moin, ach, Mimmi. Ich meine, ich stand ja im Haus dran. Er muss sich echt keinen Millimeter bewegt haben. Das ist aber gutes Timing. Auch so mit dem Buffer dazu. Oh, jetzt muss er aber langsam. Na ja, fast. Na ja, fast. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass da einer drin war. Aber als ich dann da schon dran stand und alles und nichts gehört habe, dann dachte ich, geht. Oh, noch ich ihn aufsehen. Auf Twitch. Moin, moin. Oh, da war auch eine witzige Runde. Simulator. Ah, ja. Jetzt auf den Simulator gekommen bist. Wo Simulator 3? Also 1 oder 2, irgendeinen davon. Ich habe ja nicht sogar 1 und 2 gespielt. Also ein bisschen was habe ich auf jeden Fall gespielt, GeForce. Ich sage mal so eher, nee. Nicht so richtig meins. Hat auch nicht so ganz meinen Humor getroffen. Da finde ich den jetzt deutlich, deutlich cooler. Und auch witziger. Tatsächlich. Yay. Es ist der Messias. Es ist der Messias. Von der Blickrichtung erst recht. Der Messias. Es ist Pupp, Jesus. Yay. Yay. Hieß ja der Draco Malfoy oder was? Big Bonk Studio, der mich erwischt hat oder wie? Mehr Rauch. Ja klar, klar. Rauchgradanten sind supi. Sein und einer schießt den Rücken. Dann ist, dann ist, dann ist nicht supi. Yeah. Das ist gut. Warum nicht? Und jetzt ab in die Turbine. Und für alle, die mir jetzt hier kommen, das sind Motoren. Das ist mit Sicherheit eine Turboprop-Maschine. So, ich spreche da an oder gucken wir mal. Und Mimi? Hast du schon, hast du schon das neue Update gespielt? Hast du benutzerdefinierten Modus schon mal die neue MPs ausgemacht? Mit Geburtstagsfort und Feuerwerk. Ja, alles für mich. Alles für mich, Mimi. Ja, denn nur Insider wissen, ich habe eigentlich gar nicht am 10.12. Geburtstag. Eigentlich habe ich am 13.3. Geburtstag. Das wusste ich spontan. Das haben die extra für mich heute gemacht. Ist das nicht lieb von denen? Ich finde schon. Ich bin ja auch einer der ersten PUBG-Partner. Insofern kann man das ruhig aus... Das kann man schon mal machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel verrate, aber die wollen PUBG auch quasi direkt nach mir umbenennen. Ja. Noob G. Das ist nochmal... Numpsi. Was, goldenes Kind? War das Numpsi? Mann. Sagt euch. Freddy Murphy. Beste Musik und beste Comedy aller Zeiten. Der war toll. Äh, nicht? Wieder schaue ich auf jeden Fall mal rein. Äh, easy. Max G. Oh, das klingt irgendwie... Da ist die Uzi. Da ist sie. Hm. Das kann man durchaus machen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich spielen wollte, aber da kann man durchaus machen. Nein, der Name so sah so und so aus. Kein Plan. Was heute mit Harry Potter... War das toll? Gerne gesehen. Kein Problem. Komm, gesellt schon. Ich danke dir, Troy, für dein Prime-Abonnement im 23. Monat. Vielen lieben Dank. Moini. Und Chris. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Da liegt er. Ah. Alles für die Sommerbräune. Erst mal ein bisschen was weglegen. Ja. Wenn auch ein bisschen... Wann an die Haut kommt. Ah. Das kann ich entspannen. Ich glaube, da kann ich mal... Ah. In der Klitzekleinigkeit kurz Pinkel geben. Ich werde doch mit Sicherheit die Gebäude da unten noch irgendwie halbwegs looten. Ah. Ich wollte nicht aufstehen. Ich wollte nicht aufstehen. Hey. Verrückt. Das habe ich nicht gesehen. Ich war mir sehr sicher, dass der von rechts nach links vorhin gelaufen ist. Wir luden mal erstmal den und gucken uns den mal an. Ich habe mich dann zwischendurch doch gesehen und ist das... Irgendwann ist es einfach immer... Versuchen jetzt mal zu looten. Ich war mir sehr sicher, dass der von hier vorhin eingehört und jetzt nach links gelaufen ist. Oh, hallo, hallo. Müssen wir nur schauen, wie ich hier auf hier hochkomme. Wahrscheinlich da. Ey, Lüchen. Hier muss ich looten. Schau dich das mal an. Da kannst du echt was mit anfangen. Ey. Wo ist denn die Bauchpinsel? Chat? 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 Bauchpinseln? Das war ein ziemlich guter Schuss. Da kommt hier gar nichts. Was ist denn los? Könnte er nicht machen. Ich habe ihn hier erwischt? Da habe ich ihn erwischt. Toller Schuss. Danke, GeForce. Du bist das schon immer. Fahrer PUBG-Profi. Definitiv. Das war ernsthaft ein toller Schuss. Mitten im Holo. Kaum gesehen. Im Laufen dann trotzdem eine Header. Da soll er das auch schon. Wenn wir ja nicht selbst loben. Eins, Alter. Danke schön. Ja, oder? Vor sieben Jahren hast du das letzte Mal Fatschig gespielt. Ich war's. Naja, da wird es doch mal Zeit. Längst du, was sich alles getan hat. Das ist ein ganz anderes Spiel. Und wenn man sich so die Level anschaut von den Leuten, die wir so aktuell treffen, fangen wir momentan ja ganz viele wieder auch neu an. Also, genau das Richtige für dich. Gibt's ja mal besser. Da gab's nur eine Map. Waa? Halt mal Füße hoch in den Chat. Ich muss den Schleimschuh. Waaas? Äh, ja. Ich war fast krank gestern. Oder so. Ähnlich. Vielleicht habe ich auch nur was Falsches gegessen. Aber. Da ist so ein bisschen. Sommer ein bisschen. Auch können sie leider dabei sein. Heftiger Schusswax. Danke, Lukas. Danke, Twiggy. Wow. Mein Selbstbewusstsein steigt gerade unermesslich hoch. Bis ich gleich irgendetwas sterbe. Boah, da haben wir ein Aulo. Ist doch schon mal gut. Bin nicht schlecht dabei. Nur eine Nate, das ist ein bisschen doof. Boah, der Rest ist eigentlich ganz geil. Ich würde sagen, wir machen uns mal. Danke, Power of Amidala. Danke, danke. Das war schon... War schon ziemlich krass. Also... Ja. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass ich... ...dann war das... Also musst du das quasi mal 10... ...mal 20 musst du das Ganze auch noch rechnen. Mindestens mal 20. Also... ...definitiv. Definitiv. ...mal noch Rashido. Moin, Fabian. Ich weiß noch nicht, ob ich euch nur ein Solo spiele. Keine Ahnung. Es ist wie immer eine recht... ...recht spontane Angelegenheit. Also kann es sich jederzeit ändern. Kann es sich auch gar nicht ändern. Vielleicht ändert es sich auch das Spiel. ...oder... ...die Version. Haben das Gelände auf einmal her. Richtig gut so... ...famos, famos. Tja. Ich sage, wir hören da so ein bisschen in die Runde... ...wo was abgeht und dann versuchen wir irgendwie hinzukommen. ...gottlike... ...gottlike... ...sicke... ... ... ... ... Das war's für heute. Ich habe mein Auto verlobt. Aber ernsthaft, wo ist denn das denn? Also ich weiß, dass sie runtergerollt ist. Aber meine Güte, wie weit ist das denn bitte gerollt? Da ist es. Ich sehe es. Meine Güte ist halt weit weg. Jetzt muss ich noch einen draufsetzen. Okay. Da vorne. Das spielt eine QBU. Bitte nimm nicht mein Auto. Aber zeig dich noch mal. Jetzt ruhig noch mal. Ich will wissen, wo du bist. Also die Richtung habe ich jetzt am Ende zumindest schon mal rausgefuchst. Ach, bei den Häusern? Eher drauf tippen hier irgendwo. Oder sogar den Stein da links. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der ist blind Der weiß, dass noch mein Auto steht? Wollt auch Griffin Ah, danke Blackjack Monheim Ich danke dir Hast du gemerkt? Der Name und so Danke dir sehr Für deinen Raid Da hat sich der eine sich so gefühlt Wollen Und noch ein Auto Wir hätten in dem Fight Und dann kommt noch einmal von der Seite noch einer mit dazu Sag mal Hat er mein Auto schon genommen? Während ich gerade weggeschaut habe? Versuche mal den hinteren Reifen zu erwischen Wo ist das Moppet? Da war es Jetzt ist es weg Moppet Moppet Möchtest du gleich noch was rennen? What? Was? Der muss doch Zweiter sein Ich habe ihn getroffen Und ich habe nicht gesehen Wie er beim Baum vorbeigeschaut hat What? Nett Ja, das ist ein YouTube Das ist ein YouTube-Bug aktuell Der immer mal wieder durchkommt Dann freest es Dann muss ich quasi einmal den Datenstrom unterbrechen Und wieder hochballern Und dann funktioniert es erst wieder Ich weiß nicht, was das soll Keine Ahnung Aber Ja Das gibt es wohl aktuell so ein bisschen Hast du das, was ich brauche? Ne, hast du ja nicht Ich muss umswitchen Soll's, oder? Hey Der Muni hatte der jetzt aber auch nicht Jetzt wieder da Ja WB WB Ja, wie gesagt Das ist Ist eine YouTube-Sache Kann ich auch nichts gegen machen Das ist halt so Sagen irgendwann zwischendurch Einfach Nein Dann kann ich nur einmal abbrechen Erst quasi einmal runterfahren Einmal hochfahren So mehr oder minder Und dann geht es auch wieder Dann ist es auch wieder ein Schick Aber bis dahin Ah ja Jetzt ist hier irgendwas Nicht so ganz so gelaufen Wie ich es wollte Von meiner Seite Na gut, wir haben auch jetzt viel erwischt Scheint so halbwegs klar zu gehen Sind es da noch vier? Ich tippe mal drauf, dass die meisten eher da hinten sind Da wir jetzt nicht so viel erwischt Mindestens unwahrscheinlich Immerhin Da war einer hinter mir Der Clinch ist Mist, Mist, Mist Barfuß auf dem Moppet Ja klar Oder wieso nicht, Rainer? Zwischendurch, ne? Falls du kalte Füße kriegst Nochmal schön Auf den Aufpuff hinten draufstellen Die Füße Und dann läuft das Ganze auf Natürlich 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 Ach, schade Die Runde hatte sich so schön angefühlt Dass ich jetzt durch einen gemeinen Rückenschuss gekillt werde, ja Hat die Runde nicht verdient Hätte mich von vorne jetzt gekillt Weißt du In einem richtig schönen Sniper-Duell oder so Wer hätte hier gesagt Alle Klärchen Wenn den Rücken geballert zu werden Boah Schuss Ich weiß So war es halt abgeschafft, ja Ja, jetzt geht's wieder Naja, wie gesagt Ist eine YouTube-Sache Gibt's seit ein paar Wochen Ne? Ist das eine Irgendwas neu Richtung YouTube? Ich weiß auch nicht Was ich da mal gedacht habe Aber ja Irgendwie So im großen Ganzen Scheint es auch nicht so richtig zu ändern Mal schauen Vielleicht so ein halbes Jahr Oder ein Jahr oder so Und dann sieht es irgendwann auch wieder besser aus Wie nennt ihr euch an den grandiosen Schuss? Ja Ich Ich tue es I remember Oh ja Ich tue es Aber da gab es auch noch ein paar andere Schickgeschüsschen, oder? Also So ist es nicht Also die fallen immer noch Recht schnell Wenn ihr mit der Empia drauf Schießt Mit denen Also Es wirklich traurig dabei ist Oder es ist traurig, aber Ne? Bisschen Bisschen skurrile Dass YouTube dafür ja insgesamt Momentan Von sich aus dafür sorgt Dass die Leute eher dann bei Twitch schauen, ne? Durch sowas Vor allen Dingen, wenn man halt jetzt ja dual Streamt oder so Es wäre schon nicht so schlecht Wenn sie so an dem einen oder anderen arbeiten würden Aber ja Ich erinnere mich an den Schuss Ich tue es Natürlich Also so wirklich Recoil hat die Empia Aber immer noch nicht Als du mir sagen Was du willst Das geht schon ganz gut Ist alles aber kein Vergleich Zu Direct Contact gestern Das Spiel hat wirklich Keinen Recoil Das ist so komplett Nein, nein Oh Oh nein Ich glaube Der springt eher zur Tanke Du seien einer der ganz oben Also einer der Tanke Ich hab mal Affe? Echt? Nächste Beweihräucherung in 45 Minuten Da war doch Da war doch Da war doch War doch gut Schon auch so ein bisschen mehr Schön, schön, schön Schön, schön, schön Ich kann eigentlich mal schauen Dass wir schon direkt Zur Tanke runtergehen DBS Hä Er verfault Ihren Armen ab Also am Anfang Schrot Dieser schon ganz geil So Wollen wir machen 20 Kugel Wenn ich halt am Ende des Tages Dann wieder mit super wenig Muni Durch die Gegend renne Ist halt auch Ein wenig seuchtig geil Allerdings So lange lootest du auch Die Tanke nicht Der könnte schon durchaus Unterwegs sein Nicht wahr? Nein Och Mist Jetzt Die Euphorie Ist mit mir durchgegangen So 180 googeln Ja Das passt schon irgendwie Wird sein Wir gucken mal Schauen mal Ob wir den sehen Von der Tanke Weil die restlichen Heute bleiben Das ist immer Tatsächlich ein Stück weit Spontan Ich versuche natürlich Schon im Vorfeld Immer so ein bisschen Ein bisschen weiter Abzuklären Und so Die Wahrscheinlichkeit Zu erhöhen Aber im Endeffekt Ist es spontan Ob jemand dabei ist Also Könnte durchaus auch Solo sein Äh Bleiben Ist er noch da? Ist er nicht? Gott Ja der ist weitergegangen Aber anscheinend Nicht zu uns So wie es aussieht Oh hier ist ein Ist er great? Ich habe ein Auto Wäre vielleicht gesnipet Oder so Sein Sein Zeug Brauche ich Ihm jetzt auch nicht Oder hat er sich Selbst gekillt? Mich einfach nur Endlos zu verwirren Also eine Mühe Hat er gelootet Das definitiv Aber ich hoffe Es reicht dir auch So Thorsten Ich weiß nicht Was der da gemacht hat Keine Ahnung Ich hätte gerne noch Eine Sniper Oder eine DMA Da hätte ich jetzt Nicht unbedingt was dagegen Wenn ich noch dazukenne Mal noch Ladiladide Ah gut Das ist jetzt Freak-Schuss Heißt du nochmal zurück Um dir den grandiosen Schuss anzuschauen Sehr vorbildliches Verhalten Lukas Sehr sehr Vorbildlich Genau so Wusstatt Genau so Und nicht anders Hey Hab ich vorhin gelootet Genau richtig Ne 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 Muscht an Oh Damit kann ich was anfangen Schöni Soll ich nur noch ein MP-Magazin Und so den ganzen üblichen Quatsch Muss ich das aber auch wieder geben Jedes Mal sage ich dir Sieh ist mein Stich ins Herz Reiche ich dir denn nicht Thorsten Reiche ich dir denn nicht Jetzt brauchen wir nur noch Ungefähr doppelt so viel 9er Munition Und dann sind wir im Rennen Aber so hat vorn Nicht ACP 9er Spiel Jetzt wollen wir gleich mal schiffen gehen Ohohohoho Nett Ja Aber ich glaube ja fast Wir können hier gehen Ich glaube nicht dass hier noch irgendwas passiert Ich torne nicht hier so wunderbar auf dem Dach rum Aber ich glaube hier passiert tatsächlich echt nicht mehr als so viel Zack Okay Zack Mein Timer ist gestellt GeForce Ist dir klar ne Also Egal was In 45 Nein In 42 Minuten Und 11 Sekunden passiert Ich will meine Beweihräucherung Ich will meine Beweihräucherung Ohi wo du glutet Nein Ich brauche neune Nur so ein paar Und ich hätte aufs Klo gehen sollen Bevor ich die Runde gestartet habe Sieht ja fast so aus Als bekomme ich hier auch keine Ja Okay Ich würde sagen wir fahren weiter Ach komm Ja 200 Schuss reichen Wir gucken mal ob wir irgendjemanden finden Das ist äh Der Timer ist aber später Ja ich habe auch keinen Timer Ich habe nur so getan Also ernsthaft Ich habe keinen Timer Wenn du es früher kannst Das ist auch okay What? What? Oh neuner Also Was? Was war denn das mit dem Fahrrad? Erstens Wie ist denn der gestorben? Zweitens Wieso habe ich den Kill nicht bekommen? Ich habe den auch quasi überfahren Was war denn das? Wasser Ich mag kein Wasser Ich dusche immer nur nach dem Training Und ich bin heute froh nicht zum Training gekommen Deswegen wird erst morgen wieder geduscht Sag mal Gibt es da noch was anderes aus dem Wasser? Moin Stand right Say Moin Moin Das ist nicht mein Kill Das war jetzt doof Okay Jetzt kann ich auch über das Wasser Also ernsthaft Vor allem wie Das sah ganz komisch aus Der ist ja eigentlich gar nicht so richtig herunter geflogen Der irgendwie Weiß ich nicht So als wäre er irgendwie abgestiegen Und dann irgendwie rumgeschleudert Als wäre er irgendwie in der Zentrifuge gelandet Oder so Und dann einfach weg Ich danke dir Likato Für dein Prime Abonnement Im fünften Monat Da eben ein Abo da lassen Muss auch schon wieder Trotzdem vielen Dank Schön dass du dieses Code Star hast Ich danke dir Das war eine Puppe Die ist auch neu Bist du nicht im Bist du nicht im Bist du nicht im Lörg Moin Ja du bist im Lörg Und jetzt sowas Geht da etwa einer unachtsam mit den Commands um Das heißt ab sofort Muss ich immer damit rechnen Dass du doch da bist Auch wenn du im Lörg bist Dann können wir ja gar nicht mehr lästern Oder so Ist ja richtig schlimm Du hattest schon eine Liste Willkommen zurück Monster ist die Nörg Monster ist die Nörg Der lebt noch Darf ich, wir haben wir noch Naja so ein bisschen Muni ist noch da Ja machst so wenig Schaden mit den neuen Autos Das ist richtig cool mit der hier Da kannst du wenigstens wirklich Sich drauf komplett spezialisieren Wenn wir auch die Reifen wegzuballern Dann drehen sie sich Dann hast du vielleicht die Chance Hey, schöner Kiel Ja, hey, hey Nein, das waren jetzt noch bei weitem Keine 45 Minuten Das war jetzt auch bei weitem Nicht so schön wie der Kiel von vorhin Aber also Ich mag Wenn man gerade nicht im Lörg ist Was im Lörg, Baby Nein, bleib hier Der bleibt nicht hier Nein, nein Das ist schade Das ist echt schade Ich hätte sein Autofinding gut gebrauchen können Bei dem anderen fehlen nämlich Reifen Ich weiß nicht wieso Aber da fehlen auf jeden Fall Reifen Ja, also wenn Dann musst du auch richtig zitieren Damit einmal was dazu geht Manchmal gewinnst du Und manchmal das Fahrrad Ja Das ist echt frech Genial, ne? Das ist einer der Der ekeligeren Kills Einen so zu erwischen Insofern irgendwie auch ganz okay Aber Dann habe ich erst rein abgeräumt Wird was drin sein? Da steht auf jeden Fall ein Auto dran Der will auch den Hügel hoch Mal gucken, wie schneller er ist Super schlecht geschossen Mal kurz Panzer? Ah, ist der Panzer Schon mal gesagt? Ja, oder? Ich glaube, das muss noch ziemlich neu für euch sein Ah Panzer sind Ah Na gut Ich gehe mal weiter Richtung Zone Versuche ich mal eher links rum zu laufen Vielleicht haben wir Glück Und der trifft noch auf irgendeinen Mit größerer Munition Mit größerem Kaliber als Meine hier Die ich so habe Wollte ich auch nicht drauf schießen Meine gesamte Munition nicht dabei Aber reicht dafür einfach nicht aus Ist halt einfach so Jetzt schießt mich der Panzer Ich schieße den Panzer Ja, ja, tut es Jag den Panzerboy Ich schieße nie wieder auf dich Wenn du den Panzerboy killst Ich gönne dir das schicken Ernsthaft Lass mich töten Kein Problem Ich danke dir Dion Finger Ja, für deine 5 Monate Ja, für deine 5 Monate Prime Abonnement Ja, für deine 7 Monate Ich schieße mein Ein Ich Das ist Ich schieße Ja, ja Ja, ja Jangan Wenn du die Ja, danke. Irgendeiner. Bessere Muni, mach den Panzer platt. Ich glaube eigentlich, dass aus der Stadt hier links noch was hochkommt. Nice. Eh? Hä? Alter, wie steht der Baum? Ah, der Panzer lebt noch. Doch. Und noch Christian D. Hallo. Der qualmt nicht, das ist ein zweiter. Oh shit. Komm schon, schieß nicht auf mich. Ist auch noch in die Zone. Deal? Deal. Was meint er? Was sagt er zu dem Tier? Oh shit. Okay. Okay. Er hat fast versucht Ich muss wechseln Ich muss wechseln Ich hätte so gerne eigentlich nur weiter mit der Js9 gespielt. So ein Spaß. Ich glaube, der Ponzeboy ist gerade flöten gegangen. Das sah sehr stark da noch aus. Der kommt wieder. Sack, wenn ich einen Panzer sehe, dann kann ich nicht anders. Ich glaube, der wurde gekillt, aber ich bin mir nicht sicher. Er wird 85. Gucken wir mal bis zum Ende zu. Okay, der lebt heute noch am Panzer. Insofern konnte ich wenigstens ein bisschen was machen. Ja gut, da wirst du nicht schlüssig draus machen. Aber wenn das mal keine schöne Runde war. Ich finde ja, man merkt so ein bisschen, dass es von Runde zu Runde auch durchaus besser läuft. Mal noch Swabbel. Guten Abend, Swabbels. Oh, ich hätte gerne, ich hätte gerne mit der Js9 gespielt. Nochmal so 400, 500 Schuss mehr. Und ich sag euch, der Panzer wäre da nie den Berg hochgekommen. Also schon, aber ich hätte währenddessen halt drauf geschossen. Vielleicht da? Nein. Was heißt denn gleich? Sofort gleich gleich? Nach der Runde gleich gleich? Muss auf jeden Fall nochmal kurz schiffen gehen. Den Baum, ja. Das kann man machen. Das würde mich mal auch interessieren. Weil eigentlich war der hinter Baum, als ich eine Wischung habe. Hätte ich gesagt. Jetzt. Nice. Swabbels. Ein Spoiler. Banille-Banana. So, das ist noch zu früh. Da ist Banille unterwegs. Oh, 69er, klar. Besten. Besser. Am liebsten schon mal melden. Einfaches Prinzip. Anstößiges Fahrzeug. So, und ich schätze mal, der hier wird es gleich sein. So, ich glaube, wir können schon mal ein bisschen spulen. Bin mal gespannt, wie viel Leben der überhaupt hatte, als ich die hier schon in der Kante geschossen habe. Weil eigentlich habe ich eine ganze Menge Schaden gemacht, hätte ich gesagt. Na los. Piep, piep. Moin, Zwebbe. Moin, moin. Moin, moin, moin. Ah, es geht. Ah, es geht, geht. Und selber? Ja, läuft. Ben war nischt. Ich gucke mir gerade noch ein bisschen was an, aber ich kann... Mach mal, mach mal. Kein Stress. Ben war zu weit. Ich habe ihn gar nicht so gut getroffen, sehe ich gerade. Das ist ja doofe. Na ja, das sah von hinten aber besser aus. Uh. Ich war auch. Hast du dich umbenacht? Mal wieder. Ne, ich bin Banille-Banane. War ich schlimmer. Banille-Banane, ne? So töter, wo ist er denn? Nein. Joa. Also ich lehne mir weiter aus dem Fenster. Und sag... Die Nähne hätte ich nicht killen dürfen. Moin, Femko. Aber lieb gerne, wenn ich das Femko. Ich grüße... ...Varion. Die Frau von Femko. Liebe Grüße und alles Gute zum Geburtstag. Äh, ja da, ich denke auch, oder? Swivel, 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 bist du dabei? Happy Birthday. Was, wie? Echt? Jetzt? Drei, zwei, zehn? Los. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Frau Marion. Okay, Marion. Happy Birthday to you. You. Elo. So, das war der schrecklichste Geburtstag wahrscheinlich durch den Gesang. Man merkt, dass der Delay Richtung Discord auf jeden Fall... Äh, Richtung Discord. Richtung Hannover härter sein muss als in andere, zu anderen Städten. Das ist korrekt. Das liegt aber auch an meinem Audio-Setup, dass da ein, äh, ein gewisses Delay drin ist. Ist denn er? Weiß ich nicht. Äh. Oh? Ich bin ein großer Freund der Kommunikation. Reden. Hä? Habe ich den jetzt entfernt? Oh, ich wollte den Freund entfernen oder so. Ich wollte den eigentlich nur aus der Gruppe rausspeisen. Ich hoffe mal, das habe ich jetzt nicht getan. Wenn ich es getan habe, dann ruhig wieder anfragen oder so. War nicht ernst gemeint. Das tut mir leid. Aber das war krass. Also, das hat man gemerkt. Das war locker eine Sekunde oder so. Das war noch schwerer, halbwegs überein zu kommen als sonst. Ich habe auch ein bisschen gezögert. Also, ich wollte eine schöne Stimme mehr in den Vordergrund, aber das hat dann vom Timing her. Ja, okay, ich habe es versaut. Entschuldigung. Nett. Nett. Nett versaut. Du hast auf Entfernen geklickt. Das war nicht so gemeint. Kannst du euch wieder, ich weiß nicht, wo habe ich ihn entfernt? Als Freund oder aus dem Clan? Ich kann ihn zu beiden wieder hinzufügen. Das war wirklich so nicht gewollt. Ich wollte ihn nur aus der Gruppe rausnehmen. Sonst immer vorher irgendwie was sagen oder schreiben oder irgendwo dergleichen. So ist es sonst immer so ein bisschen schwierig. Obwohl es halt auch so generell eher schwierig ist mit dem dazu. Ah, ich muss pinkeln. Ja, na los. Wir können auch einfach rausgehen. Die High Contrast Abendrunde ist eine perfekte Ausrede, nochmal kurz rauszugehen. Ah, okay. Zum Clan habe ich entfernt. Ja, das war nicht gewollt. Sehe ich ihn hier noch irgendwie? Das war wirklich... War das Crystal? Das war Crystal, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Kann ich ihn dazu oder irgendwie jetzt wieder machen? Als Freund habe ich ihn noch. Also über seinen Profit. Will den Team einladen? Kann ich ihn jetzt zum Clan einladen? Ist ja doof gelaufen. Ist das ein neuer Update? Ist das neuesten? Wasser lassen. Wasser lassen. Jetzt. Ich komme gleich wieder. Bis klar. Bis zum Ninster ado. Das war... Bis zum Ninster. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das hat schon mal gut getan, sag ich dir. Ist es bei euch auch schon so warm? Es regnet jetzt hier, also es ist eher ein bisschen kühler geworden. Heute Morgen war es schön. Wir waren in der Pause so ein Stündchen unterwegs, bevor ich mich wieder in den Schaden setzen musste. Warst du? Warst du? Na ja, warst du? Und es war eigentlich ganz geil. Also, es fühlt sich schon sehr frühlingshaft an. Ja, auf jeden Fall. Was so ein bisschen doof ist aktuell, da ich ja auf dem Balkon nochmal Möhrchen und Radieschen und sowas gesät hatte. Weil die ja relativ schnell wachsen. Aber die lassen so ein bisschen auf sich warten. Und jetzt, naja, sagen wir mal so 1,4 Wochen, 4,5 Wochen, 5 Wochen und wir sollen eben drehen, dann müssen die schon fertig sein. Weil dann wird langsam aber sicher auch das Zeug von Sommer gesät. Das Wichtige, die Tomaten. Die siehst du, nur nicht ungeduldig werden, ne? Ja, Radieschen. Wenn es eine Woche länger dauert, ne, dann werden sie dicker. Siehst du? Radieschen wachsen echt super schnell, ne? Also gerade von denen habe ich mir eigentlich schon erwartet. Ach du dickes Radieschen. Die sind sehr lecker. Wenn man es mag. Radieschen ist nicht so meins, so dolle. Möhrchen? Das geht schon eher. Hast du einen Nacken? Bitte was? Hast du einen Nacken? Wiedersehen die Wurzeln. Ich will doch, ich will doch nicht zur Apotheke gehen, und ja. Das ist ja wie eine Medizin. Nein, nein. Ist, ja, nee, lass mal. Ich bin nicht ganz so extrem. Also ich mag schon Gemüse. Aber ich alles. Unfabberzellus? Nee, nee. Wäre schön, wenn, aber nee, nee, nee. Zeiten sind endgültig vorbei. So machst du jetzt auch gar kein Profit mehr, jetzt, wenn dann alles legal wird, dann macht doch gar keinen Sinn. Da macht man doch. Kleidung draus, oder? Ja, das auch. Und hier so Dichtungszeug, ne? Verheizungen und so. Richtig. Machst du Lack da. Ja. So, mehr oder weniger alleine hier, oder? Denk schon. Wir sind sogar in der Zone. In die Zone gefahren. Ah, die haben das Diner hier verändert. Für die, für die Big Party. Nicht doch. Das heißt, ich muss da ja echt drüber kommen, um mir das anzuschauen, ja. Ja, geht. Warte noch ein bisschen. Ah, ich guck mal in den Stream. Ah, okay. Sieht ja aus wie in einer Geburtstagsfeier nach dir. Also, wenn du Geburtstag hattest. So ein bisschen Lametta. Luftballons. Genau so fahre ich auf meine Geburtstage. Genau so. Ich hab's doch geahnt. Ich mag mein Gemüse am liebsten. Weißt du, weißt du Bescheid, Früchchen? Genau so muss das auch sein. Richtig gut. Ist gut. Fruchtig steht nur auf junges Gemüse. Ah, ne? Warst du gefragt, wie geht das so halt halt, ne? Richtig, ne? Erlaubt ist, was Spaß macht. Super, jetzt hab ich wieder Gerüchte in die Welt gesetzt. Na gut. Tja, ja. Tja, ja. Ich bin's nicht gewesen. Das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du? Ach, das ist nicht gewesen. Jetzt müssen wir das eigentlich noch so ein bisschen unterfüttern. Einfach so random Namen in den Raum stellen. Ich sag. John. Oh. Ich meinte keine jungen Tonen. Der kleine John. Obwohl, so klein ist er ja auch nicht. Nee, das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Dann werden alle groß, ne? Ja. Alle werden so groß. Das ist sehr erschreckend irgendwie. Weiß auch nicht. Das fühlt sich an wie gestern. Also, da geht der John. Schon. Schon was anderes. Aha! Da ist die Mosi. Perfekt. Willst du Dragunov? Nö. Nee. Dragunov muss wirklich nicht sein. Mir ist auch eher SR das Thema. Ich drauf Linse. Ja. Alles. Brauchst du ein Vierfach? Ja, nee. Sechsfach hab ich schon. Und, ja. Wenn du Mosin, dann ich auch Mosin. Ich siehste. Dein Sohn heißt also. Ja, daran erinnere ich mich sogar. Ewig. Vor Ewigkeiten ist es her. Ich erinnere mich an eine Situation. Da hat er dann auch noch ein. Abo verschenkt an ihn. Und da war irgendwas mit Gemüse. Ein bisschen ist es her, aber ich erinnere mich noch. Immerhin nur hier. Ja, die von... Na ja, ne. Ich mein... Du weißt doch, wie das sind die Süddeutschen. Naja. Verrückte Völkchen. Der Einfluss der Römer ist deutlich spürbar. Ist doch nichts. Sind nicht alle so vernünftig wie hier oben im Norden. Die spinnen doch die... Römer. Genau. Ja, definitiv. Kommt nicht mehr ungefähr. So, können wir uns mal so einen kleinen Drop oder so geben? Was meinst du? Du meinst so ein bisschen extra Drops? So ein kleiner AVM? Jetzt nichts dagegen. Lass ich dir sogar. Kannst du sofort spielen. Wer misst du nichts für mich? Ähm. Ja. Besuch? Ja. Wird einer mit einer Vektor in den anderen gekillt. Und das ist instant. Ah ja. Ich komme mal so. Lass uns mal zusammenrücke. Obacht mit den Süddeutschen hier. Waaah. Ich würde sagen, das untermauert meine Argumentation eher, Griffin. Ah, hier oben. Okay. Wo sind die denn hergekommen? Also wirklich oben Uff de Kirsch. Ah ja. Okay, ja. Ich sehe es. Ich glaube, er hat mich auch gesehen. Er hat in deine Richtung definitiv geschaut. Gucken, ob er auch schießt. Ne? Es sind zwei. Hast du beide da gesehen? Ne, ne. Der andere ist ein bisschen weiter hinten links beim dreistöckigen Haus. Jetzt zieht er wieder rechts rum. Der andere ist hier ungefähr. Ein Hit. Der auf der Kirche oder der andere? Okay, Sir. Ja, ich habe einen da hinten gesehen. Ist aber nach links wieder gelaufen. Komm schon. Versuch es nochmal. Hast du den auf der Kirche im Blick? Der ist da immer noch bei der Kuppel. Okay. Gucken wir mal. Ich versuche mal rechts rum zu kommen. Ich bin heller gegeben. Der andere ist ein Stück weiter links. Mal noch Käpt'n Cesar. Moin, moin. Das scheint wieder ein bisschen weiter links zu sein. Mhm. Von links hat er definitiv geschossen. Ach, der ist oben. Er ist im dreistöckigen Haus oben drin. Hat ein Hit auf der Kirche? Es kommt noch ein Auto. Aus Richtung Shooting. Hält an. Am flachen. Ja, mach ich schon. Hier. Ah, hinter dir. Mhm. Der hintere von den beiden vom ersten Team läuft. Jetzt wieder nach rechts. Moin, Tom. Es gibt wirklich nichts Neues, Tom. Glauben wir. Ja, die wollen mich pushen. Okay. Cool. Versuch mal, in deine Richtung zu kommen. Zumindest so ein Stück weit. Sind direkt am Haus. Du musst halt auch noch über die Straße noch zu sehen. Da wird ein bisschen schwierig. Ja. Und haben mich. Lauf, du Narre. Ach so, zu spät. Mist, Mist. Ah, jetzt hätte ich auch auf der anderen Seite bleiben können. Ich wollte gucken, ob sie ihn vielleicht noch so weit einheizen kann, dass ich auch den Blutschip bekomme. Ja. Hier wäre ja auch gleich eine Station gewesen. 105, also irgendwas, irgendwas muss ich gemacht haben. 105 Schaden. Die Nate muss noch mal ein bisschen was gemacht haben. Moin, Henning. Eigentlich nur so sieben Jahre Jubiläumsverzierung in Henning. Ich weiß, das hat sich ansonsten nicht getan. Also was am Spiel direkt wurde, jetzt nicht wirklich. Schade, schade, schade. Wo ist der? Der einfach zu uns reingejoint ist. Also prinzipiell gesehen, bleibt es halt dabei. Also insgesamt ist es eher schon so eine Sache, Mitte mitspielen und so, weil man muss ja auch miteinander ein bisschen plaudern und allem und bla. Weil zum Beispiel Sveva, bin ich mir sicher, den kenne ich schon eine Weile. Ich weiß, Sveva ist volljährig, ja. Der hat, der hat ein richtiges Mikrofon oder zweitens eins, damit man ihn verstehen kann. Solche Sachen. Ist schon insgesamt ganz angenehm. Der wohlplatzierte Schuss vor der Stunde war schon echt für... Also ich glaube, über den Schuss werden wir auch noch die nächsten Tage reden. Ich sage immer so, so einfach so. Oder? Was sagst du eigentlich, wer der Herr Sveva, zu dem Supermarkt-Simulator? Ich habe bisher nur ganz kurz reingeschaut. Ich habe mir auch keine Meinung dazu gebildet. Brauchst du ja nicht, das ist das Internet. Mal einfach raus. Ich fand King of Retail eigentlich schon ganz cool. Der Supermarkt-Simulator fand ich so ein bisschen... King of Retail? Ich jetzt nicht so. Ja. Da machst du theoretisch dasselbe, nur mit auch. Kannst du nur die Shop-Art aussuchen und so weiter. Aber ist in einem Strich dasselbe. Kann zum... Ich sage es mal so rum, kann zum stumpfen Runterspielen ganz gackig sein. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie tief strategisch, preis-technisch und so weiter du da bei dem Supermarkt-Simulator Dinge einstellen kannst. Ich komme direkt mit bei dir an die Halle ran. Drei oder vier habe ich landen sehen. Okay, definitiv nur noch drei im Zweifel. In der Halle war auch wer. Hier ist noch wer. Irgendwas war hier noch. Irgendwas hat die gesteppt. Oder ich war einfach nur... Ich finde nix. Zwei waren noch Bots. Der letzte war ein Spieler und der erste war ein Spieler, würde ich sagen. Ja, hier oben sehe ich auch nichts. Kein Plan. Die Lame-Waffe am Anfang. Hier ist eine Ork, wenn du willst. Lame-Waffe am Anfang. Lame-Waffe am Anfang. Die Schrotflinte. So, dann werden wir es nochmal gleich wieder los. Noch gelamed. Dämpfer kann ich dir noch geben? Mhm. Geheimraumschlüssel habe ich. Was? Habe ich? Stimmt. Irgendwas tolles wird es sein. Brauchst du ein bisschen Medi-Stuff? Ich habe grundsätzlich was. Freien Buffer und einen Koffer. Das klingt schon mal nicht schlecht. Äh, nee. Ich habe jetzt mehr. Rück. Ah ja, genau deswegen. Hier ist der Mündungsfeuer-Dämpfer, noch ein bisschen Siebener. Ich brauche noch irgendein größeres Visierchen. Ja, das bräuchte ich auch noch. Ich habe irgendwie gar nichts. Ich habe einen Rotbogen. Aus dem AR-Magazin, das hätte ich jetzt noch über. Brauch nur für die MK12. Wir lassen uns weiter, oder? Rot, oder was willst du? Oder wo willst du stehen? Ich ziehe noch was bei uns mit. Es könnte sein, dass hier hinten noch was ist. Wäre möglich. Dann. Schießt was? Ah, klingt nicht so verkehrt. Guck mal. Ich lenne es mal hier runter. So, schätze mal hier oben oder so, aber da müsste eigentlich noch was sein. Das klingt jedenfalls so. Die ersten Türen sind zu. Ein kleines Moppet. Zwei Einsam-Moppet. Jetzt wird es spannend. Gelootet? Wo ich... Also bei mir ist ungelootet. Auf jeden Fall. Hey. Wurde. Danke. Ich würde gern geschehen. Ja. Nee, hier ist nicht ungelootet. Okay. Jetzt sind die ein bisschen weiter nach oben gezirkelt oder so. Nein, oben rechts und gelb haben sie auch noch mal geschossen. Ah ja, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal... Wollen wir hier mal unten hin? Bauen wir ihm vor allem noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Der Vorort. Ich glaube nicht. Der verlorene Sohn. Ein Kompi AR wäre hier noch. Interesse? Wo ich ihn einstecke? Oh, nö. Geht eigentlich. Alles klar. F, taktisches und wieso wäre noch ganz geil. Ja, taktisches suche ich auch. Eigentlich bin ich da gar nicht so schlecht dabei. Schalte AR. Ja. Und der liegt, der liegt. Ja. Tü-dü. Et. Geil. Jetzt ein Zweiter. Guck mal, hier kriegst du doch den Schlüssel. Hier, get markiert. Genau. Ja, meine ich doch. Da war irgendwas. Ja, geil. Ich geh mal aufschließe. MK 14. Ich will eine MK 14. Hier oben liegen zwei. Auf der Lauer. Ja, liegen beide ganz oben drauf. Aber ich hab nur einen Rotpunkt. Motorrad links. Ist offen. Ja. M24. Sowas halt. Achtfach. Ja, achtfach ist doch geil. Ich wechsle, glaube ich, eher auf die MK. Ich schmeiß die MK raus. Nö, ich ne. Ja, ich hab auch eine MK 12 hier. Ach so. Nett. Da hab ich ja echt ein Jackpot hier gezogen. So, mal gucken, ob die noch oben auf dem Hügel sind. Ja. Das war, das war zu hoch. Schade. Karabiner wär's vielleicht eher was geworden. Zumindest so, wie ich halt drauf eingespielt bin. So, naja, ne. Aber wir müssen eh so ein bisschen in die Richtung. Also rein theoretisch. Jupp, jupp. Kommen wir noch mal ein bisschen näher ran und können so glücklich noch mal versuchen. Falls sie sich noch mal zeigen sollten. Ich mag diese Map einfach. Allein, allein die Performance ist schon mal gleich wieder, ne. Deutlich besser. Ja, offenbar ist was. Immer noch alte Posi. Ja, ich seh schon. Ich glaub nicht, dass es die beiden waren. Ich glaub, der wird anglaufen. Ich glaub nicht. Was ist da? Aids? Sind nix. Kein taktisches. Oh ja. Nope. Ich find auch keins. Ich geh weiter in den Hügel hoch. Wollen wir die beiden dann vielleicht noch irgendwie finden. Oder die vier mittlerweile. Wollte sie ja nicht geschossen haben. Der musste mich mal, musste mal, ne. Mal schreiben, wie das andere Spiel hieß. Was du meinst, was besser ist als der Supermarkt-Simulator. Achso, äh, King of Retail, ja. Komm, soll irgendwie jetzt zum nächsten, zweiter Teil sogar rauskommen. Kommt erst raus? Teil zwei, ja, ja. Teil zwei, ah. Teil zwei, ah. Das ist schon etwas. Ja. Nice. Ja, Kontakt vor uns rechts. Upsa. M24 hat mehr. Hat mich auch sehr gut getroffen. Klingt schnell, ne? Das war es. Da war das Ding aus irgendwie unten. Aber ich bin erst noch nicht gut getroffen. Offen. Komm dir denn her, Schuss. Ups. Oh, oh. So eine Granate zu kurz geschmissen. Ein Stein? Ja. Habste. Na gut. So, aber trotzdem mal eben ran und mal gucken, ob ich mir da die einen oder anderen Nade wiederhole. Hier hinten ist was gelaufen. Aber eigentlich müsste hier noch das andere Team dran sein. Oder das ist in den in den Compound hier runter. Oder so. Ja, vielleicht. Auch möglich. Et. Alle Dinge. Halbweg. Ein taktisches. Jetzt hab ich mir grad gesnackt. Äh, äh. Hab ich schon. Hab ich sogar getan. Ich frage mich, wer diese ganzen Trash-Simulatoren immer hier spielt. Jetzt weiß es. Ja, das. Also, vielen mit den Simulatoren komme ich tatsächlich auch nicht so richtig zurecht. Nee, gut. Irgendwas, ne? Aber sie macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht wieso, aber es macht wirklich, wirklich Spaß. So seinen kleinen Supermarkt irgendwie weiter aufzubauen und so. Gelb aimt auf mich. 13 Sekunden. Über links rum vielleicht versuch, ein bisschen reinzugehen. Wo ich ja, oh na, schon, da kommt ja auch demnächst ja noch was. Hairdresser-Simulator wurde sich ja schon gewünscht. Ja, stimmt. Da standen ja so ein paar an. Wo ist die Gehrein raus? Ein Früchtchen. Kebab-Simulator. Oder Kebab-Chef oder so heißt das. Dann mit allem, ne? Ja. Schaf- und Knoblauchsoße. Richtig. Ich müsste aber eigentlich nach einem Helm bei Gelegenheit nochmal schauen. Ich muss mich vorstellen, dass wir hier nicht nochmal auf welche treffen. Mir auch ein bisschen komisch. Joa. So. So. Ich will zumindest erstmal niemand laufen. Geh mal bitte im Coop. Das kann man im Coop spielen? Nice. Das ist ja fast mit Fortmachen. Tja mal. Was richtiges zu essen. Guck mal, wir sind noch drin. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Sind nur noch... Ah, ist ja, ne? Sind ja gar nicht einig. Igon checken oben nochmal zur Sicherheit. Oh, oder gucken runter, gucken, ob wir vielleicht noch Kill kriegen. Ja, ja, klar. Kommt schon eh. Aber ja, aus der Richtung... Also Richtung Nord-Nord-Osten müsste auch noch was kommen. Vorhin wurde ja die ganze Zeit geballert. Ja, ja, deswegen... Guckt es mich da auch, da hochzuleiten. Unter mir? Zwei unter mir? So eine Nade, ja. Jo. Was der nicht gefallen ist gerade, ne? Wir sind hier hinter. Meint die Nade alleine. Dann habe ich noch mindestens zwei oder dreimal mit der M4 getroffen. Und der Chat wählt die Menüs. Nustigen Streaming. Klingt gut, klingt gut. Also hier links oben kommt irgendwie unerwarteterweise Gas. Das ist komisch. Die hängen immer noch bei Gelb, oder was? Ja, die werden jetzt hinten von der Zone gerückt, hinterm Gelände. Und zwei sind auf jeden Fall im Gelände vor mir drin. Die habe ich vorhin schon ganz gut beschossen. Okay. Mein Helm ist weg. Was war's? Irgendwer hat mich entdeckt. Ich müsste etwas weiter weg gewesen sein, ja. Du bist voll drin. Ich komme mal zu dir. Da habe ich keinen Schuss gehört. Ich laufe jetzt nur noch mit Pudelmütze rum. Da ist ein Baum davor. Irgendwo links am Geländer auf jeden Fall. Wir haben überhaupt was? Was erwischt? Ganz grob die Richtung. Ja, ich sehe ihn sogar. Das ist bei Gelb. Das heißt, da sind zwei. Der eben vorne hat mit einer Mini gekämpft. Das wäre jetzt SVD. Zwei. Ich sehe die drei. Der ist hier. Abtreffer. Ist tot. Das sind die letzten beiden. Sehen einen. Beide eher nach rechts. Ich weiß gar nicht, wie soll sie dich auf dem Schirm haben. Ich gehe noch weiter nach links außen. Also die sind beide hier hinter? Mhm. Kommen auf mich zu. Ich bin zweimal gekitzelt. Nein. Ich bin zweimal. Nein, 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 nein. Einen habe ich genockt. Das ist genau hier bei dem Marken. Der läuft weiter. Der läuft weiter, läuft hier an die Spitze. Nein, ach, der ist rechts rum. Ja, scha, scha, scha. Ah, schade, schade, schade. So schön bis dato noch funktioniert. Wir wollen doch ehrlich. Mist, Mist, Mist. Ich glaube, den letzten habe ich auch so gut wie gar nicht mehr getroffen. Wurzelbehandlungssimulator. Diebarm-Simulator. Was? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das will ich nicht. Paramo. Paramo. Candy. Wie Candy. Ja, ja, fast das selbe. Ja. So irgendwie, so irgendwie auch nicht, ne. Und hast du gestern Gladbach gegen Wiesbaden gesehen? Was? Äh, nein. Ich bin, äh, klar. Saarbrücken meinst du, oder ist das nicht? Saarbrücken? Oder Saarbrücken? Oder whatever. Ich habe nur mitbekommen, äh, Fußballmärchen. So. Ich habe die letzten fünf Minuten oder so tatsächlich gesehen. Ich wollte eigentlich Nachrichten schauen und da das bei ZDF live war, wurde mir das halt dann in der App direkt vorgeschlagen. Guckst du mal drauf? Dann war das so wie so kurz vor Ende und ich wusste ja Pokaldommi, oh, vielleicht siehst du ja ein bisschen, ne, Elfmeterschießen. Kriegst du hier so das Spannendste raus? Dann gab es kein Elfmeterschießen. Dann habe ich Nachrichten geschaut. Hier siehst du übrigens nur das einzig Wirkliche, was, was, glaube ich, relevant ist, was sich verändert hat. Es gibt hier nicht mehr die, diese komischen Kampikeräne, ne? Oder gibt es noch zusätzlich? Auf jeden Fall ist jetzt hier auch das Mitschip-Modell. Das scheinen die jetzt so zu standardisieren. Das ist ganz geil. Moin Mordi! Hallo! Ich weiß ja nicht. Also, ich schätze mal, zur EM werde ich wahrscheinlich sogar wirklich ab und zu mal wieder Fußball gucken. Kennst du, ne? Wenn es so ein richtig cooles Spiel ist? Deutschland, Italien oder so, ne? Also, WM, EM, das gucke ich schon gern. Also, Bundesliga oder sowas ist mir einfach, äh, ist mir einfach zu viel. So viel will ich nicht. Also, ich habe ja wirklich vor etlichen Jahren, vor 12, 13, 14 Jahren, habe ich ja sogar ein bisschen was in dem Bereich geschaut. Ah, okay, wird er voll. Ach, da war es schon halbwegs langweilig. Ich komme mal mit zu dir, Ron. Oh. Hallen sind auf jeden Fall besetzte, großen. Super, ein Fahrrad. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Weiß? Ah, ne, ja. Nicht alles auf einmal. Keine Waffe. Ja, ich merke es schon. Ein Smoke-Launcher. Gut, ich bin hart bewaffnet. Oh. Irgendwas hat schon auf mich geschossen. Mhm. Mal noch Metadray. Okay. Könnte schon mittig auf dem Dach sein. Einer rennt zwei Rennen außen an der Mauer. Bei Rot? Äh, hier. Oh, okay. Sollen wir noch ein bisschen näher kommen? Einen genockelt. Einen von denen. Ja, perfektes Timing. Weiß ich gerade, wie wir gehen wollen, ich auf die M24 switchen. Zauber. Hier sind zwei drin. Hier sind zwei drin. Hier sind zwei drin. Okay. Ein. Zweite angeschossen. Ersten rausgenommen. Sind die im Haus oder am? Einer noch, einer noch. Den draußen habe ich gekillt, einer scaht im Haus. Die Waffe, die Waffe glitschen sehen, ja. Hast du ne Nate? Nur Smoke. Äh, noch einer. Läuft hier hinten, bei gelb. Von rechts nach links. Zur Autogarage. Jetzt läuft er nach rechts. So in die Richtung. Jetzt wieder nach links zum Auto. Was macht ihr denn? Zwei sind's aber noch. Das würde passen zu dem Auto, was da vorne angehalten hat. Ich würde sagen, wir nutzen die beide einfach im Zweifelsfall dazu, dass sie da draußen vor uns stürmen, ne? Ich glaube nicht, dass die das wissen, dass da einer drin ist. Ich denke auch. Einer springt hinten raus. Nein, der hat ja auch gut. Angeschossen, bei gelb drin. Ich glaube, der hat von dem ersten Team nicht nur einen genockt, sondern auch gefinisht. Also wir haben jetzt wieder bei gelb nur einen drin. Jetzt mal vom zweiten Team. Ungefähr. Ich guck gerade, ich guck gerade, ob hier auf der rechten Seite wer rüber war. Bis jetzt ist hier nichts. Es sind zwei, immer noch. Gesehen? Ja. Bei gelb, zwei, immer. Dann gehe ich mal ein bisschen auf Risiko. Geschossen. Hockelt. Rauskippt. Hat er mir am Ende noch näher gedrückt. Rauskippt. Da wird einer zurückgeholt. Direkt bei uns. Und haut rein. Und er fährt weg. Wie geil. Ich drücke dir die Daumen, Michael B. Gute Besserung. Schön, dass du da warst. Ich sehe alle Daumen, die ich habe. Kannst du mal ganz fest von ausgehen. Hier ist eine Baisen. Hab schon. War ein Muni brauche ich. Sehr schön. Rande. Ja. Ich sammle mit dann teilen wir. Oh, jetzt noch mal Karabiner. Ich glaube, ich bleib sogar bei dem M24. Hat jetzt so viel Spaß gemacht. Karabiner hab schon. Wie dreist, der da einfach seinen Mate wieder geholt hatte. Mit dem Ding hier. Und einfach rein. Oh, ne? Der ist mir definitiv sympathisch. Ach, ne. AR-Schally kannst du ja. Dann brauchst du ja auch nicht, ne? Ich habe sogar einen Schally schon für die SR. Also noch Wangenpolster. Dann wäre die sogar echt ziemlich gut komplett ausgebaut. Zwar nur Vielfachvisier. Aber immerhin, immerhin. Auto. Zwei. Ich sehe es. Einer lässt rollen. Einer steht noch oben. Einer ist hier von einer Leitplanke. Ich würde versuchen, links zu zirkeln. Das wäre ein Achter schon nicht verkehrt gewesen gerade. Ah, der kommt schon näher ran. Einer zu Fuß, einer Auto. Mhm. Oha. Oha. Kaum Heilung. Ist der, der dich beschossen hat? Direkt vor mir. Einer ist rechts bei der Garage. Wo das Auto immer drin steht. Ich muss mich schnell heilen. Da ist ein zweites Team dran. Hoffe ich, dass sie uns helfen. Jetzt schießt nur auf mich. Aber es ist klar, wenn ich auf die geschossen habe. Oha. 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 Mein Nockt. Da ist ein Mate-Komm. Die sind weg Also die anderen nur noch Die sind an den Compound aber angelaufen, ne? Prüben Nein, ich weiß es nicht Vom Stein sind sie auf jeden Fall nach rechts weg, das habe ich gesehen Haben die ein bisschen Heilung da? Ich kann ja viel was geben Liegen ungefähr hier Wenn nicht, kann ich dir was abgeben Nur meine Neuner geht mir langsam aus Ja, die sind im Compound Ich will doch nur Neune Ne, es kommt ein neues Auto ran Oder waren die das? Ne, ist ein anderes Er hat vorbei Müssen aber theoretisch auch, ne? Irgendwie weiter Ich sehe sie laufen Hier ist er Du weißt nicht, wo der zweite ist, ne? Da ist er Er ist schon deutlich näher Ich höre die Steps Ich höre die Steps Beide sind da Ich glaube beide Oh komm, die war doch gut Ich schätze mal, die wollen das Auto Sehen tue ich so grad nicht Wir sind noch an der Ecke Der andere kommt zu der Halle Das heißt wahrscheinlich hat er einen Self-Revive, der erste Nee, er hat mich fast Er läuft zu seinem Mate zurück Wir reviven Er revivet In der Garage Ist glaube ich fertig Ja, ist fertig Beide wieder da Wollen Wirf dir was zu Und sie wollen das Auto nehmen Ups Achso Durch die Granate Naja, durch die Blue Zone Naja, aber mal hin Kannst du mich doch jetzt schnell gleich holen Ich weiß nur nicht Da ist die Station Naja Naja, da, da, da Dann könnte sie mich Ja, dann trifft es gleich Alarm So, bedien dich Da ist Neuner drin Ja, ich seh schon Da, da, da greif ich zu Was haben wir denn hier noch Das brauchen wir nicht Das ist doch noch einen weiten Weg Also Relativ Wird die Frage sein Wie Wo ich jetzt hier noch loote Halleluja Das wird ja Spaß Versuche Einfach mal direkt Gleich zu dir zu kommen Noch ein Charlie Er ist eher Geil Können wir jetzt noch eine Handvoll Verbände mitnehmen So rum Muss doch bestimmt eh besetzt sein, oder? Ja Ich fahr dann mal Aber ein schöner Schöner Anfangsfall Trotzdem Ne GD an den Typen, der sein Mate wieder geholt hat Mit dem Fight Das bleibt Aber cool Das war 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 cool So, Tadmatch zumindest schon mal. Jo, ne? Ich bin nicht so unglücklich, wenn die jetzt nicht unbedingt misch jagen hier. So ganz alleine im Auto. Also, wir haben uns sowohl hier hinten bei Gelb oder wie sieht's aus? Stimmt, ich bin da gleich hingelaufen. Zumindest ist hier grad keiner. Ich weiß nicht, Eric. Ich kenn mich doch nicht wirklich aus mit Fußball. Ich mach doch zwischendurch immer nur mein Joko, ist so, dann ist es okay. Das mach ich doch nicht. Anzeigen-Hauptmeister sagt mir gar nix. Aber ja, mit mir direkt, dass sie das vereinheitlicht haben mit dem Comeback-Gedöns, finde ich, das finde ich ganz gut. Und sie haben auch meiner Meinung nach das beste System übernommen. Also ja, es hätte noch so eine Variante gegeben, dass du wirklich nur ganz früh und ganz kurz dann nur nochmal rankommst. Hätte ich auch okay gefunden. Aber von denen, die es jetzt im Spiel gibt, ist das, finde ich, die beste Comeback-Gedöns. Auch noch Aerobug. Gelb, wie komm ich da mal hin? Schon unterwegs. Wissen ich. Ja, 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 ja. Was denn? Was denn? You can drive through. Ich würde sogar fast bis zum nächsten Bergland fahren wollen, sowieso. Oh, hier liegt, äh, hier steht kaputte Auto. Oh, jetzt sind mir die liebsten Autos. Obwohl, ne? Dass wenn die Zone zugeht. Vielleicht hier irgendwo ist er da vorne. Am Rand des Berges. Oh, komm mal da nochmal hin. Zu schick. Brauchst du noch was? Kein Fernvisier. Ja, ich habe nur kein Fernvisier. Das ist, das ist, das ist was gefehlt. Das ist nicht ganz so nice, aber... Hätte auch schlimmer laufen können. Jetzt hätte ich durchaus auch mitbringen können. Hoberhalb. Kommt auch runter. Ja. Direkt über mir. Mist. Boah, noch meh, du. Oh Gott. Gehört habe ich jedenfalls nicht so... Ich hatte versuchen sollen, zurückzuschießen. Zeit hat er mir mich eigentlich gelassen. Ich hatte irgendwie noch die Hoffnung, dass ich so halbwegs über eine Kante so ein bisschen ein bisschen... ein bisschen komisch. Vor allem halt dieses Sammelsurium. Ist ja ständig nur durcheinander gekommen. Moin, 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 Anja. Danke dir. Für deinen Schlüssel 1 auf dem 42. Monat. Guten Abend. Ah. Also er ist schon... Das ist wirklich schon ganz anständig, dass er das jetzt weiterfällt. Wo ich auch immer noch dabei bleibe, wenn sie mich fragen würden, was ich gerne hätte, würde ich immer noch alles rausnehmen. Also kein Reap. Kein Kammelsystem. Gar nicht, gar nicht. Hast du das gesehen, Swimbles? Hast du das gesehen? So, jetzt. Was habe ich gesehen? Ich habe mir noch was zu trinken geholt. Die heilige Sieben. Die heilige Sieben. Ach ja. Reiset. Reiset. Ne, 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 ne. Wie kann man den Anzeigenhauptmeister nicht kennen? Ich gucke kein Fußball. Ich weiß nicht, was das ist, wer das ist. War doch immer dergleichen. Ich tippe mal drauf, es hat nur Fußball zu tun. Da wir uns leider gerade drüber unterhalten haben. Aber ich weiß das echt nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, das nächste Mal, wenn ich Fußball gucke, dann, wenn irgendwie Deutschland in der EM irgendwie ein richtig cooles Spiel macht. Deutschland, Frankreich, Deutschland, Italien, Deutschland, England. Irgendwie sowas von dem Kaliber. Dann, dann bin ich noch dabei. Dann gucke ich mir da noch wieder an. Aber vorher, puh. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Ja, keine Ahnung. Dann ist es wahrscheinlich was aus dem normalen Fernsehen oder so. Da bin ich auch nicht allzu häufig unterwegs. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Letzte Woche von Fans. Verklappt. Ach, da. Was ist es dann auch besser, wenn ich das gar nicht weiß? Also, ich dachte, es geht um dich. Ja. Pass mal auf. Pass mal auf. Zwei Shooting Range, zwei bei uns sehe ich aktuell. Mhm. Nicht. Also, wie es aussieht, muss ich sie wohl nehmen. Ja, das sieht sehr stark da noch aus. Ach. Das ist schon mal etwas besser. Gerne. Hier hat dem, was man so und wie schnell man oder sowas findet, ne? Ich werde mir vielleicht sogar auch eher zur Shooting Range erstmal gehen. Werden sie jedenfalls nicht rechnen. Fühle ich auch nicht. Ah, jetzt ist er oben drauf wahrscheinlich. Äh, ist er. Das ist einer. Tja. Ah, okay. Ich sehe schon, ja. Ich könnte sonst rumzirkeln. Ich habe jetzt ein Fahrrad. Ja. Versuchen wir es doch mal. Ich bin halbwegs einsatzbereit. Jetzt nicht so, wenn ich meine Lieblingswaffen, aber... So rumzirkel. Was soll ich da? Da kommst du zu mir rum. Ach so, meinst du das? Ja, das kann ich auch immer noch. Ich dachte, Zange nehmen oder so. Ist das eine richtige, ne? Kann nämlich von hier aus hinten aufs Dach schmeißen. Wo das geht. Ist allerdings nicht, wo sein Mate ist. Eine Fernkampfwaffe ist auf jeden Fall eine AK. Ja. So ungefähr sieht es bei mir auch aus. Siehste, da kann es nur gut werden. Und Nahkampf ist bei mir eine DBS. Gut, die ist da. Ah, das mag, ne? Das ist richtig. Ich korrigiere. Meine Fernkampf ist eine M24. Der ist nicht so gut. Er hat da. Da hat er sein nicht so schön. Verbesserung auf jeden Fall. Was hast du denn? Aber wenn du das ernst hast. Hast du die nochmal gesehen? Seit gelb? Ja, ich sehe hier hinten blaues kleines Häuschen. Jo, ist drin. Einer aber nur. Jetzt der zweite auch dort. Wo? Welche? Alles bei Orange, ja? Ja. Alle, alle beide ganz sicher bei Orange. Ich zieh die mal zu mir. Ja. Einer hat einen Hit, einen Header. Beide fokussiert auf mich. Einer geht von mir aus gesehen nach rechts weg. Also auf dich zu. Der andere ist noch hier hinten. Körse. Körse. Ich behaupte, die haben dich nicht auf dem Schirm. Aber ich sehe den zweiten jetzt auch nicht mehr. Die sind beide direkt bei mir. Okay. Ich komme auf dich zu. Nein. Okay, dann musst du jetzt am Ende noch, wo ich war. Einer ist immer noch nockelt. Ich bin hier oben halbwegs safe. Der holt sein Maid hoch. Bei gelb. Oben drauf. Okay. Scheiße, da oben bist du. Ja, ja. Warte, warte, warte. Wenn du rüberspringst von ganz oben, von der Schräge. Geh auf die Schräge rauf. Das hatte ich gerade vor. Dann einfach rüberspringen maximal und Leertasse gedrückt hat. So viel dazu. Hi. Kannst aber hochworten. Das geht. Und da? Zu spät. Kannst du den Balkon hier auch einfach nur hochworten. Muss einfach nur hinten aufs Geländer stellen und einfach hochworten. Schlecht? Gut. Das ist doch nicht wahr. Ja, genau. Hallo. Hast du Koffer rein zufällig? Klar. Okay. Wird halt mit ein bisschen Spaß noch in der Inselzone, ne? Die sind noch da. Da kommt gleich der nächste Nate. Wahrscheinlich. Ja. Hast du Nates? Nein. Ich bin leer mittlerweile. Der Grafik-Bugs. Das hat gezeckt. Das hat gezeckt. Das hat gezeckt. Das gibt's doch nicht. Der steht immer noch. Ich hab gleich nichts mehr, ne? Ein Verband. Ich hab noch einen Schmerz rausgeschmissen. Nein! Das ist doch ein Held bis weg. Oh, der hat mich doch gesehen. Ich bin knocked. Aber so langsam warst du es. Ich hab einfach auch nichts mehr, um mich zu heilen. Wenn ich noch irgendwie wenigstens ein paar Verbände oder sowas, dann war's das. Ich hab nur den Buffer liegen da vorne. Das ist alles. Ich such jetzt schnell nach dem Koffer, aber das wird eher nichts. Aber mir auch nicht. Ich fall jetzt den Augenblick um. Hab's doch nochmal angeschossen. Verbände hab ich. Koffer hab ich. Koffer hätte ich jetzt. Weil hier wärst dann der dritte Nock, ne? Bei mir? Ja. Naja. Es endet. Also mich kriegst du auf keinen Fall mehr. Kannst du mit der Blue Card noch versuchen? Ich markeh mal meine Posi. Geh mal runter. Geh mal runter. Weiter komm ich nicht runter. Hier müsstest du relativ sicher noch irgendwie gehen, aber du wirst auf jeden Fall auch einiges noch brauchen. Superfiel können's eigentlich haben. Aber das ärgert mich. Ich hatte sie eigentlich so schön oben gehabt. Ich hab's eigentlich auch ziemlich oft noch mit der Schrot erwischt. Jaja, so. Wir dürfen's eigentlich echt nicht mehr haben. Okay. Wollte aber ohne mitspielen, deswegen will ich in die Lobby rein. Moin Crystal Popstream. Moin Moin. Am besten im Vorfeld immer, ne? So ein bisschen fragen. Aber wie gesagt, das ist... Das ist in allem meistens immer eher ne... Etwas... Etwas privatere Sache. Im Sinne von, wer halt mitspielen kann. Zuck da mir nicht um. Es gibt den Wagen im Zentrum. Der ist immer da. Der hier unten ist ungelootet. Vielleicht findest du da nochmal was. Aber hier die ganzen Gebäude sind auch halbwegs ungelootet. Ich will grad schauen, wo ein Fahrzeug... Rechts der ist immer da, der Touch, ja. Aber ich weiß nicht, ob die halt noch irgendwas, auch noch was brauchen oder irgendwas. Da links richten, nicht rein. Links... Genau, da kannst du looten. Die beiden ersten Gebäude, die vorne stehen, die hab ich gelootet. Aber der Rest ist komplett noch da. Warte, wie gesagt. Das ist nichts Böses, nichts Persönliches oder irgendwas, aber... Ist halt kein iPads-Spiel, das ist halt ein Stream. Ist immer noch... Immer interessieren, ob die noch da sind. Ich tippe fast drauf, dass die auch relativ wenig Medi-Stuff jetzt am Ende hat. Und wahrscheinlich auch nochmal drüben, die sogar noch looten und noch da sind. Halt verpende ich, Idiot. Selbst das ist wichtig. Ich hätte ja gehofft, dass hier an der Seite nochmal ein Auto steht. Jetzt machen wir... Die fliegen. Kannst den Wagen nehmen. Ja, ja. Hab ich grad auch gehört. Jawohl, Koffer. Hallo. Jetzt machen wir witzigerweise die Taktik, nur halt deutlich später, als wenn wir das letzte Mal geredet haben. Jetzt bringst du mich über die Kiste, nehme ich in die Zone auf der Insel. So, 28. Na dann hol ich dich mal. Damit du noch ein bisschen Zeit hast zu looten. Zack. 13 Sekunden. Nice, nice, nice. Puh, jetzt muss ich mir natürlich da drüben irgendwas suchen. Wo es noch was Feine für mich gibt. Das wird spannend. Ich muss hoffen, dass 17 Verbände reichen, um anzukommen. Ah, mit dem Auto und so, ne? Könnte klappen, ja. Zickt halt schon ganz schön. Wenn ich nochmal unterwegs ein Stückle... Dann kannst du gucken, dass du über die linke Brücke fährst, von dir aus gesehen. Aber die hier... Wahrscheinlich bei weitem jetzt auch nichts mehr sein. Zwei Riesen. Türen zu. Jetzt sogar noch mal ein Auto. War noch einen schönen Abend. Ja dann. Dass du da warst. Sack. Ja. Wann? Bitte? Ich habe sogar ein Auto hier vor Ort, also keine Ahnung, was hier alles abgeht. Luxus! Karabiner, Rektor, M4, vierfach, easy. Das hat gut getan. Ich bin jetzt gleich an der Brücke. Gleich wird es halt ganz böse. Was hast du noch? Verbände könnten... Ich werde hier abgekämmt. Es ist hier echt noch zwei, die hier noch stehen. Jetzt noch stehen! Das ist doch nicht euer Ernst! Also Heilung habe ich nicht, Kenneth. Damit haben sie sich vielleicht wirklich eher keinen Gefallen getan. Ist! Dann haben wir jetzt auch nicht gerechnet. Ich bin jetzt nicht gerechnet. Ich bin jetzt nicht gerechnet. Rechts von dir ist einer im Haus. Ich versuche nur so halbwegs nicht gerade zu fangen und nicht näher zu fangen hier. Das nächste Team! Wow! Das hat weh getan. So weit rum wollte ich gar nicht. Genau, fahr Richtung Brücke und fang die zwei ab. Ja! Ja! Jetzt erst mal deinen Blutschipp! Ich schätze mal, die werde ich tatsächlich sogar noch mal irgendwann wiedersehen. Könnte passieren, ja. So viel könnte auch in die Richtung nicht mehr unterwegs gewesen sein. Nein, das haben wir davor auch gedacht, ne? Auf kurz! Ich nutze kurz die Zeit für den Keramik-Gott, bis gleich. Komm mal! Nein! Level 60, ja. Okay, okay. Und so, so gut geschossen, ja. Nennt sich auch schon Smurf, dafür melde ich ihn auch. Smurfen ist so ein Scheiß. Ein, ein, ein Treffer mehr. Ein Treffer mehr. Ich meine, es gibt, es gibt halt auch nicht umsonst, ne? Sowas wie ein, wie ein Gesamt... Nein! Ach, ich werde es mir doch nicht noch mal gucken. Es gibt auch nicht umsonst so ein Ranking-System. Okay. 420. Gucken, ob es dafür tatsächlich was gibt. Missbrauch von Mechaniken, ich sehe hier eindeutig einen Missbrauch von Mechaniken. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Schade, noch ein Treffer mehr und das wäre es gemäß. Schade, schade, schade. Vor allem, weißt du, unranked zu Smurfen. Also auch das alleine noch, wenn du schon im Casual-Bereich unterwegs bist. Meine Güte. Musst du auch erst mal bringen. Tada! Bebe, bebe. Ich brauche noch einen weiteren Kassierer-Sweppel. Einen Kassierer? Kassierer? Kasse 3 wartet. War das nicht irgendwie so hier, Swapper für die 23? Swapper für die 23? Oder Kasse 4? 5? War die 23 nicht der Code für, man muss aufs Klo? Bei mir ist das doch alles 0815, aber... Naja, ne? Das ist der Vorteil, wenn man Cheffys, nicht? Aber... Irgendwie sowas gab es. Das hat mir mal einer erzählt. Wenn die so ausrufen, irgendeinen bestimmten Code, dann wissen sie halt, die muss halt... Nur eben mal kurz aufs Klo. Muss halt so lange übersetzt werden oder irgendwas so gleich. Sag mal 420 Legalize, wenn... Wenn... Ich tippe mal drauf, wir... Wir... Du meinst doof mit legalisieren oder irgendwas dergleichen? Also... Wie nennst du dich denn dann in ein paar... Ach komm, wir kennen unsere Regierung. Hast auch noch Zeit. Kannst auch noch in 20 Jahren umbenennen wahrscheinlich. Ist das alles dann doch wieder umgesetzt und... Weit ich ja und alles und dann hier und dann da. Als ob da irgendwas schnell passiert. Niemals. Hier ist das! Ist das! Ich... Ich hätte jetzt gerne kleine Törtchen. Hier, putzen. Kann man die nicht gern. Vorhin, äh... Als ich Mittag gegessen hatte, ging's. Jetzt gerade? Oh! Schon zwei eher manchmal. Ja, oder? Doch, doch. Was, Novo? Warum nicht? Ja, super! Ist die Stadt? That's the way I like it. Haben wir eigentlich schon was wegen Sonntag ausgemacht? Sag mal. Nee. Sag mal nicht. Also, ich meine, für mich ist es immer gesetzt. Und du sagst nur ab oder so. Aber nicht andersrum. Sag mal nämlich gerade mal ein, ne? Wir haben gleich drüber geplaudert wegen... Für die gelenkte Demokratie. Richtig. Das war doch noch mal... Büchchenfragen. Gucken, was mit der... Mit der anderen Demokratin ist. Genau. Ja, ganz genau, ganz genau. Hier wäre ein Boot. Ich glaube, das springe ich an und fahr rüber. Was sagst du dazu? Äh, dann schnapp... Ich versuche mir das Auto hier zu schnappen. Nice. Dann musst du nicht auf mich warten. Das auch noch. Ja, das wäre schon ganz geil. Obwohl ich sagen muss, der... 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 Supermarkt-Simulator hat es mir durchaus angetan. Also, ich hätte durchaus auch Bock am Sonntag einfach die 12 Stunden Supermarkt durchzuziehen. Ich verstehe das ja. Also, das war ja... Ne? Das ist ja nun... Vom Spielprinzip her ist King of Retail ja eigentlich genau dasselbe. Ich kann auch nicht genau erklären, warum mir das Spaß gemacht hat. Mir hat einfach Spaß gemacht. Das ist ja wie bei SnowRunner oder so. Wolltest du nicht den Patch-Up warten? Stimmt, Früchtchen. Jetzt, da du es sagst, da war was. Obwohl es ja hinten raus durchaus... Es gab ja auch zwei kleine. Oder einen kleinen gab es auf jeden Fall. Naja, es hatte ja hinten raus so ein bisschen dann ja auch eigentlich ganz gut wiederum funktioniert. Klar, Hector. Die Brücke war es letzte Runde. Bester Tipp aller Zeiten. Kommen. Naja, ich meine. Ich konnte damit rechnen. Bin da. Nochmal. Noch Holz. Also. Ich hätte schon Bock zu. So ist es nicht. Obligatorisch. Obligatorisch. Aber das ginge ja auch alles irgendwie. Ah, mit Zweifelszahl. Jetzt starten wir damit und dann... Also ich sag... Einzelstunden sind es ja wahrscheinlich dann auch eher wieder. Sonst ergibt das ja alles irgendwie nicht so richtig Sinn. Kann man ja auch mal durchaus ein weiteres Spiel spielen. Bezweifeln. So nennt man das. So nennt man das. So nennt man das. Man hätte Optionen. Okay. Okay. Ist ja gut. Dann... Einmal Früchtchen. Auch du. Ne? Einmal an der Kasse melden. Kannst doch mal schreiben, wie es zeitlich so passt. Ich hab dadurch, dass ich jetzt ja eh noch eigentlich so ein paar andere Sachen machen wollte. Jetzt ja, ne? Auch in meinem frühen Stream auf Twitch. Da ist jetzt ja auch ein bisschen was liegen geblieben. Also ich hab tatsächlich so ein, zwei Sachen da. Und hier dieses Out... Outcast. Outlast. Was vielleicht schon morgen kommt. Aber spätestens den Tag drauf am... Ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch, ne? Heute ist Mittwoch. Scheiß. Ist ja übel. Naja, ne? Und, und... Also... Mal gucken. Wenn das richtig geil ist, dann könnte ich da zum Beispiel auch dann dieses Outcast Gedöns mitmachen. Kannst du das mich mitmachen? Was? Ich bin mir da gar nicht so sicher. So ein alter No-Homeboy. Willst du ein Charlie? Für was, Charlie? Ah ja. Nö. Passt nicht auf die SR. Hier wäre eine Dreierweste. Hier wäre eine Dreierweste. Das wäre schon mal attraktiv, finde ich. Warte nu, warte nu. Ich bin nicht recht gut dabei. Also... Wie sieht's bei dir aus? Kannst du den Wester holen? Ja, würde ich gerne. Ja. Also SR vorne dran und... Wangenpolster ist bei mir offen. So wie ein... Ein gerader Griff oder so. Polster für? M24. Also jetzt nicht überlebenswichtig. Ja, ich habe eins in meinem Karabiner. Lass da doch dran. Ach Gott, das macht keinen Unterschied. Ja, genau. Hättest du eine DMA gesagt, hätte ich gesagt, kannst du haben. Ist ja nicht. Sind wir ja hier nicht. Ja, aber... Aber nicht so. Und das L23H2-Update und PUBG622 habe ich ziemliches Problem mit FPS auf Rondo. 100 ist aber auch so... Boah, habe ich schon Rondo seitdem gespielt. Auch habe ich heute gespielt. Ich habe auf Rondo eh ein bisschen Probleme. Ich habe da hier und da auch halt auch Drops. Deswegen kann ich das gar nicht sagen, ob es jetzt mehr oder weniger geworden ist. Was ich dir auf jeden Fall erzählen kann, ist, dass du mal deine Spieldaten überprüfst, wenn du es nicht schon gemacht hast. Ich habe nach jedem Patch durchaus damit Probleme. Ich muss wirklich nach jedem Patch meine Spieldaten überprüfen lassen. Und das hilft wirklich. Das hat man auch im Stream selber schon auch ein, zwei Mal gesehen. Auf allen Maps hier und da auch mal Map-Einbrüche, äh, PS-Einbrüche. Dann einmal, ne, rüber gelatscht. Ein, zwei neue Dateien runterladen müssen. Und zackigummi. Auf einmal lief wieder alles relativ reibungslos. Also das könntest du mal versuchen, wenn du es so nicht versucht hast. Ich finde die Performance auf Bondo eh tatsächlich ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber die ist echt nicht gut. Danke, Terra Keller, für dein Follow. Da ist gerade eine Camper-Zone, ne? Ja. Ich bin auch über die andere Brücke. Aber seitdem hier, naja, was soll ich sagen, ne? Da bin ich wohl so letzte Runde abgammelt. Aber eigentlich wird die Brücke ja gar nicht mehr allzu abgegammelt seitdem. Du meinst, solange wenn du da nicht liegst. Ähm. Ah. So, ich hab jetzt nichts gesehen. Bin aber auch verzweifelt, ne? Das hast du schon vergessen. Ein ganz spezieller Vogel. So cool aus. Es gab auch nichts, dass... Nicht, dass irgendwann über die Brücke kommt. Ich hatte sogar eine MG aufsammeln können. Aber... Ich glaub nicht, dass hier vom Süden was kommt. Tatsächlich nicht. Im Müllte hatte ich zwei Teams, glaube ich, gesehen. Oder drei. Und mit mir sind auf jeden Fall mindestens drei gelandet. Ja. Oh, oben links. Hügel links. Hügel links. Hügel links. Hügel links. Ich seh's. Blöde Bäume. Ja. Haben wir jetzt auch anders vorgestellt. Versteh ich nicht. War sie noch da? Ja. Haben mich. Gesehen. Ja, ja. Ich hab nicht genau gesehen von genau wo. Was ist denn hier los? Hä? Wo denn? Hä? Von wo? Hä? Das klingt auf jeden Fall aber noch nach derselben Pose. Ah. Wissen Sie das nicht? Haben die die Bäume ausgeschaltet oder was haben die gemacht? Fährt was? Ja. Fährt. Auf dem Hügel hoch, so wie es aussieht. Ja. Ja. Ah, halb hoch hinterm Baum war einer. Ja. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ne, ne. Du wirst von der anderen Seite beschossen. Aus dem Gelände unten. Ja. Nein. Die Leute kommen jetzt zurück. er kein Mg. Moin, 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 auch Gleus. Ich spiele Starry X11. Wenn ich elf verbessert oder zwölf spiele, habe ich nur Probleme. Das geht gar nicht. Der steht offen. Der ist weiter nach links zu irgendwie gelaufen. Wir sind auf jeden Fall immer noch nicht durch. Einer hat oben an der Hügelspitze immer noch gekämpft. Also ich habe mal alle durchgetestet und ich hatte mit allen massivste FPS-Probleme, außer mit Starry X11. Aber, keine Ahnung, ich spiele halt auch ziemlich strange, ne? Ich meine, ich spiele halt PUBG auf 4K, ne? Also alleine das ist halt eher sehr ungewöhnlich, sagen wir mal so. Wird es im Bunker? Ich schaue noch irgendwas jetzt oben halbwegs geregelt zu haben. Ich komme mal eben zurück. Ist hier noch eine Nate oder so? Weil hier unten scheint auch gelootet zu sein. Granaten kann ich dir geben, da habe ich viele gefunden. Okay. So ein Achter wäre ganz geil. Ne, da ist nichts hier unten. Wieder Spaß da oben. Äh, am Drop bei uns. Na dann, habe ich dir da, äh, dein Achter ist da. Hoffen wir mal. E90. Echt? Auto fährt wieder nach da oben. Auf den Krügel hoch. Da sind welche zum Drop gekommen. Sind hier, hier dran. Ist benockt. Sehen, ja, die habe ich auch gesehen. Ach, das war mal. Einer ist jetzt hier am Stein. Ja, gesehen. Dann meld es noch weiter hinter. Ne, ich wurde von hinten. Ich wurde von hinten. Schade. Ist überhaupt noch elf mit drin? Müssen wir gleich dran, aber ich glaube, ich müsste eigentlich DirectX 11 drin haben. Echt? Dein Ernst? Ich sehe dich vorhin getroffen. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ich müsste eigentlich DirectX 11 drin haben. Ja, DirectX 11, genau. Dem anderen wird das gar nichts. So, überhaupt nichts, nichts, nichts. Ich hätte gerne eine Map. Und zwar Paramo. Wo es eigentlich aktuell geht. Ihr rangeln Mirama, Paramo, Vikendi und Rondo. Ich sag mal, Rondo ist für den Arsch. Vikendi ist auch ein bisschen für den Arsch. Aber die ersten drei sind eigentlich ganz gut. Also, ich hätte gerne einen Schokoriegel und den hole ich mir jetzt. Oh. No. It is Paramo. Yay. 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 Ich glaube, so langsam hat auch nahezu jeder das Ding hier schon geöffnet und weiß, dass er nicht großartig was Spannendes drin ist. Also, ich versuche das نziek. Ich versuche noch nicht. Zack ja, da gehen die Skimmgelder hin. Also meine jetzt nicht gerade, aber so insgesamt. Die Skimmelder hin. Und wer mich liebt? Sieht ganz gut aus, oder? Ich habe jetzt nicht unbedingt darauf geachtet, wo jemand runtergesprungen ist, aber ja. Carpaccio ist auf jeden Fall was, bei Rot ist auch was gelandet. Hey! Was? Ach. Da hat Rauchgranate geklickt, aber der hat die nicht mitgenommen. Gemeine Frechheit war das. Sieht das schon mal besser aus. Hast du einfach mal einen Einserhelm gesehen? Ach guck mal. Scheiße. Das ist aber schon mal schick. Bitte schön. Spielst du schon eine MP? Ich glaube ich hatte gerade schon eine gesehen, ne? Kann dir noch neuner geben? Ich bin ne Umpe. Also ich brauche ein ACP. Okay. So, ich... Zweierhelm hier oben, ne? Schön, 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 schön. Hä? Hä? Da wär so die Vector. Okay, ich steig um. Deck 5er raus. Ein Magazin. AR liegt hier auch. Ja, nehm ich mir gleich. Ja, nehm ich mir gleich. Und bei Zeiten ein MP-Magazin wär schon ganz nice. Ja, das fehlt mir auch noch. Also ich hab auch nur ein schnelles drin. Gar nichts. Nüchte. Gar nichts. Wollen wir ein bisschen weiter? Jo, ja, ja. Aber warte kurz. Ich will mir schnell noch ein bisschen Heilung rausholen aus den Kisten. Und Nades. Ich hab grad auch noch ne Nades rausgezogen. Was kannst du? Hier ist jetzt noch einmal... Schmerz, dass ich... Ach doch, komm, nimm ich mit. Moin, moin, Uli. Guten Abend. Ist ja wohl... Der Xorox. Xorox spielt am Tage. Aber schon wie spät das ist, Xorox? 21, 21. Als der mir nicht da daten Zufall ist. Niemals. Moin, Xorox. Danke dir für dein Stufe 1 Abonnement. Im 41. Monat. Shit. Außerdem... Bald, Xorox. Ich sag es dir. Bei Greyzone tut sich was. Bald werden wir wahrscheinlich das erste Mal das Ganze spielen können. Ich spiele es schon. Das könnte zufälliger nicht sein. Das glaubst du. Das war das Schicksal, das uns zusammengeführt hat. Nichts davon. Die Nornen. Tut nicht. Tut nicht. Okay. War gefährlicher. Du musst da aufpassen. Du kommst selten alleine. Ja, ja, ja. Biss ich schon. Wenn ich dich schon versetze. Hättest du aber auch ein bisschen früher Bescheid sagen können. Ist nicht mehr so einfach, wenn man Familienvater ist. Kannst du nicht mal eben springen. Das geht leider nicht mehr so einfach. Da war ich. Als sie mir geschrieben haben. Ich war so fertig. Wie gesagt. Da kann ich gerade halbwegs reinfahren. Durch war ich. Durch. So was von durch. Ja. Also. MP-Magazin gönnen sie mir nicht. So wie das aussieht. Ich hab auch nur ein schnelles gefunden. Ja. Machen wir weiter. Geh ne Runde. Also das gucken wir hier unten nochmal rein. Rechts von uns. Geschmacken. Hey. Ich glaub da versucht grad jemand. Sich an den Bot-Kills. Ich dachte schon die Leech'n meinen. Wär ein bisschen Arsch gewesen. Vorsicht. Ein von beiden nockelt. Der andere ist noch am Hügel dahinter. Der meine Beine. Nee. Jetzt läuft er runter. Hier hinter ungefähr. Ja ja. Hab ihn gehört. Jetzt musst du pushen. Oh Gott. Einer von denen. Der ist genau hier in der Ecke. Hier. Hm. Hier. Hier. gibt's keinen. Wiederkommen gedöhnt. Da. Wo ist er hin? Na oben. Ich bin aber auch ein so toller Schütze hier. Einmal hast du definitiv getroffen. In die Zone müsst ihr ihn auf Dauer rausdrücken. Ins 14. Weil er kann natürlich Dick auch noch ein bisschen looten. So ist es nicht. Das war's. Das war's. cool ist. Drei. 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 Ich dachte, mal erinnah. Deade ist nicht mehr so er Respectschalted. heute ist sich besser. Er wird links über den Berg rüberlochen. Oh, der wird moppelt. Ah, ja. Ja, der ist weg. Schade. Schade. Okay, er wurde auf jeden Fall in den Empfang genommen. Jetzt sind auch nur noch 21. Also alles drin. Definitiv. Das heißt, auf den kleinen Maps gibt es das immer noch nicht. Auf den großen Maps aber jetzt irgendwie alle. Ah, ja. Warte mal. Harkin? Genau, da gibt es das auch nicht. Vielleicht gefallen mir deswegen auf Dauer mal so ein bisschen mehr die kleinere Maps jetzt doch mehr. Aber das eine Restaurant, witzigerweise Xorox, da werden wir wahrscheinlich früher oder später durchaus mal hingehen. Das sieht nämlich echt ganz geil aus. Das ist das dritte von den drei, die ihr mir geschrieben habt. Da meine Freundin Vegetarierin ist zumindest. Jetzt auch nicht allzu viel Flachesse. Ich glaube, ich glaube, ich könnte das durchaus noch zahlen. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Und auch Casper, GT. Da ist er. Alle links dran. Ganz am Ende. Der schaut immer noch raus. Also da kommt wahrscheinlich immer noch was nach. Ich habe mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Hey, 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 ganz oben. Oh, Gottes. Siebze. Selbst schon vor dir rechts. Ja, ja. Der läuft weg. Nee, doch nicht. Ich denke mal, die wollten zur Zone. Die haben dich jetzt noch gehört. Jetzt gehen sie in die Zone rein. Angesehen. Ich habe sie. Sade, sade. Da wirst du einfach einmal blind hinterherlaufen. Man, man, man. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ach. Bei dem Geländefeuer hatten wir eigentlich in der Hand, aber. Verduselt. Verduselt. Und zwar volle Karne. Oh, ja. Aber ich merke auch so langsam noch, dass ich... Langsam bin ich auch müde. Und gestern hängt mir trotz alledem immer noch so ein bisschen in den Knochen. Alledem dieser innere Quittungsstress, ne? Achso, ja. Das auch. Das Gesamtding. Nee, nee. Aber gestern wird gesagt. Irgendwas. Irgendwann habe ich nicht vertragen, was ich gegessen habe. Ach, stimmt. Ich hatte das zum Ende hin irgendwie gehört. Und zwar... Ja, mir ging es echt minutenweise echt schlechter bei den beiden. Ich wollte noch so halbwegs den PvP-Modus wenigstens bei Direct Contact zeigen. Aber dann war ich auch echt froh und lag dann erst mal in der Wanne und irgendwann das ging auch so. Aber sag mal, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, aber es war gestern gar nicht so verkehrt, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Das war schon ganz, ganz angenehm. Schön in der Wanne, ne? Und allem. Danach gab es schon noch ein bisschen Süppchen. Wärmflasche und so. Und dann hat es sich irgendwann so halbwegs stabilisiert. Dann ging das auch wieder. Aber irgendwas, irgendwas war... Das merke ich auf jeden Fall immer noch. Also... Also, das ist ganz, ganz jung. Wo ich heute schon ein bisschen länger geschlafen habe. Extra deswegen. Und früh morgens den Sport weglassen habe und so. Das hat auch gut getan, aber... Oh ja. Das muss halt Gemüse gewesen sein. Ich sollte endgültig das komische, gesunde Zeug endlich mal weglassen. Das verträgt mein Körper einfach nicht. Ich bin ganz sicher. Ich kann mal hin. Zwei. Drei, vier... Äh... Vier, fünf Teams. Ja. Die wollen auch dahin, wo du hin willst. Ich bin auch ziemlich spät. Ja. Ich springe auf die andere Seite wahrscheinlich. Zwei drehen ab, gehen hier nach oben. Äh... Bauernhaus würde ich jetzt angehen. Die linke Seite ist noch komplett frei. Hm. Sicher uns mal den Dutch, ja. Ja. Ja, dem Wetter für ne Zone wird, ne? Keine Inselzone. Das hast du schonmal quasi ne? Das hast du ja nie. Man weiß ja nie. Wenn du einen Uzi-Bügel siehst, den hätt ich gern. Okay, nice. Keine UMP. Ne, ich will Uzi spielen. Schauen wir mal, ob ich schon irgendwas ausrichten kann. An der Tür zumindest schonmal ja. Das heißt, wir den richtigen Punkt finden. Also Südseverni ist auf jeden Fall ein Ort. Ich geh nebenan mal rein. Seiner wird noch geschossen. Hier ist was. Weiß nicht, ob im Norden nochmal ein Fahrzeug steht. Ich hatte nichts gesehen. Die im Süden fighten jetzt glaube ich gerade gegen die, die von der Halle vom Berg runter kommen. Brauchst du noch einen Vierfab oder so? Schnell. Es scheint doch noch vier insgesamt in Südseverni zu geben. Auf der Armini-Stuff und so wäre nicht verkehrt, aber ja. Ja, ich sammle alles ein, was so für uns beide in Frage kommt. Schade, dass sich da keiner zeigt. Ich hätte ja ganz gerne ein bisschen mitgemischt. Ich komme jetzt auf unserer Seite ein bisschen näher. Gelb ist, habe ich schon einen gesehen. Aber auf Kirche und so hast du nichts gesehen. Kirche müsste clean sein. Südseverni und bei Gelb. Ich glaube sonst tatsächlich nichts. Schossen. Weißt du aus welcher Richtung? Ja. Aber ich habe mich nicht getroffen. Kirche. Unten. Und oben. Das schießt nicht gerne von hinten an mich. Ich habe die ganze Zeit nicht getroffen. Und dann so. Aber ich habe auch selber nicht mehr getroffen. War es Shooting Range oder wo? Ich weiß es nicht. Oder was meinst du hinten? Ich weiß es nicht. Es muss irgendwie aus dem Bereich sein. Den Schuss habe ich nicht gehört. Also ich habe den Schuss nicht hören können. Bunker, Bunker, Shooting Range. Irgendwie sowas muss es sein. Aber was genau ist, keine Ahnung. Also ich muss erstmal von innen kämpfen. Na gut. Oh. Schade Das ist eine so geile Pose An sich Ich sehe den unten Öfter mal an der Einen Lücke Lunsen Dann wenn ich zielen will Dann tut das nicht Ah ja okay Ah ja ich sehe den auch Also irgendwo hier Der ist hier Aber von hier aus kann ich da nicht drauf schießen Ist die Fenster besser Der unten oder oben Aus dem Haus Der muss quasi direkt neben ihm stehen Aber ich habe ihn nicht gesehen Der Karabiner War das irgendwie hier Da sind auch alle Fenster noch da Zumindest getroffen Weiß nicht ob es wieder ein Herder war Hm Ich habe ihn knockt Schön Den anderen hier Der hat sich rumgesneakt Jetzt müssten wir im Süden noch wen haben oder? Ja Und irgendwelche die von sehr weit weg auf mich geschossen haben Keine Ahnung wo Einer oben im dreistöckigen Ich werde es nochmal versuchen Ist das schön Ah instant Naja perfekt Wurde immer besser Wir haben auch ordentlich gekämpft im Süden Also das könnte es tatsächlich auch sein Ich gehe mal hier reinschauen Ach Jetzt brauche ich eigentlich auch nicht mehr hoch Ich gehe mal rüber Ich werde immer looten Achtfach ist frei Komm ich mal direkt zu dir Heilung Zweier Weste hier Achtfach habe ich rausgelegt Ich will eigentlich da nicht unbedingt die UMP spielen. Beryl will die ja auch nicht spielen. Und checken wir den anderen aus. Ja, würde ich auch sagen. Ihh, Zone. Blaue etwas. Da war ja was, da war ja was. Davon, da liegt der. Sieben Jahre Energy Drink, okay. Na dann, hol ja rein. Nee. Du weißt, wo dabei rumkommt, du. Ich teste den für dich. Sofort. Ich schätze mal, wie bei den, bei den, was? Ah, hier kommt. Wird wahrscheinlich ähnlich sein, wie bei den KFC-Gedöns. Einfach Energy. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ist sauber. Ja. Wird zwar noch gerne wissen, wer jetzt am Ende auf mich geschossen hat, aber hey. Fahr mal los, oder? Ich habe es das erste Mal gemacht, seitdem mir die Idee gekommen ist, direkt, wenn ich lande, erst mal den Wagen mitzunehmen und dann loszulegen, um den zu sichern. Letzten, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 Mal. Da war doch was. Da war doch was. Da war doch was. Jetzt endgültig. Moin auch. Jo. Ach. Da war doch Jo. Guten Abend. Oh moin auch Brüver! Hier war wer looten, okay. Ja, vielleicht haben sie mich auch aus der Richtung beschossen, ne? Kann natürlich auch sein. Könnte auch sein, ja. Oh, moin, auch John, John. Und, hattest du mal geguckt nochmal drüber? Ob sie es zurückgenommen haben? Jetzt kann ich noch mal reingeschaut, aber jetzt gerade fällt es mir wieder ein, ich sehe 12 Uhr oben drauf. Zeit zu schlafen, sagst du. Ich bin drin. Ich habe einfach so drüber geschossen. Buggy fährt ran. Nee, ist noch woanders, ja. Zum Vor. Ist jetzt wieder drin. Ich dachte, der pusht, deswegen wollte ich ran. Einer fährt, der andere schießt. So. Den unten habe ich gut getroffen. Nicht. Ups, das war doof. Oh, oh. Nicht ernst. Ah. Äh, pusht, pusht. Ist auf den Felsen. Ich glaube, jetzt kann ich es immer noch wiederholen. Ja. Hat der mich von unten da noch mit dem Header umkopp, du. Blödi on der. Da ist irgendwie alles nicht so richtig gut gelaufen. Der lag. Der hat sich keinen Millimeter bewegt und lag. Und ich bin nicht getroffen mit der Sniper. Ähm. Das ist irgendwie. Ich nehme mal sein Buggy unten. Was haben wir denn hier? Ein Süppchen. Wo kommt das denn? Oh, das ist heiß. Habe ich gestern nämlich bei meinem, bei meinem. Wenn du mich schnell holst, kann ich mich nur looten hier. Recht. Versuch, versuch. Trashig. Bei meinem Lieblings-Thailand haben wir nämlich geile Suppen geholt. Das hat er auch gut zu haben. Da ist noch ein bisschen was übrig. Dankeschön. Die Erkältung. Besser, besser. Aber wirklich nur ein bisschen irgendwie, irgendwas habe ich nicht gut vertragen, Buber. Ganz sicher. Deswegen Ein bisschen länger geschlafen, wie gesagt, ein bisschen locker gemacht heute Morgen und so weiter Ging das, aber es ging gestern Nacht irgendwann schon wieder besser Deswegen ein bisschen Schlaf, ein bisschen Erholung sozusagen fehlt, aber der Rest passt Brauchen wir noch Coop her Okay Ah, ich tippe mal drauf Da war ja fast nur VSS oder G dabei So ein Schussmuster Schon ganz gerne irgendwie ein Auto, was ein bisschen mehr noch von allem hätte Wo willst du denn hinspringen? Äh, ach du, das ist mir gleich Ich hätte jetzt auch noch überlegt, mich selbst zu looten und dann reinzulaufen Können wir machen, dann hole ich noch ein anderes Fahrzeug, was ein bisschen besser dasteht Ich denke ja Ich werde vielleicht gerne als Flugzone sehen, ob das klappt oder nicht So, und Ja, geht Na, sag, wenn du so weit bist Ich Mach's ganz quick and dirty Ich Ja, ich 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 Mir sieben Hast du noch sieben Er hat er Hat sogar ein MG So, 27 Sekunden Also wenn ich dich jetzt nicht abhole Ja, kannst, kannst, kannst Ich bin dran, ich bin da dran und so weiter und so weiter Dann haben wir noch, bis die Zone zugeht, aber dann war es dann auch langsam Hab alles Jetzt auf jeden Fall schon eine knappe Nummer Also in den 1.13 müssen wir es definitiv zurückschaffen Das schaffen wir Das schaffen wir Hallo Ist ein paar Verbände Ich bin schon dabei Ich bin schon dabei So. Oh, hier spawnt sogar Loot drin. Was ist denn hier verkehrt? Keine Ahnung. Richtung 50. Noch ein Auto. Shit. Brennt. Ja. Der ist ein bisschen früher gequam. Der hätte mit drauf geschossen. Lauf den rechten Hügel an, den hier. Ich gehe trotzdem mal nach oben. Oh ja. Fischte Weste. Lacka. Zeit. Du, 170. Also können wir jetzt sehen. So geliecht. Smoke hinter uns. Ist ja aus der ersten Eier so gut wie gar nicht, oder gar nicht beschossen werde. Die müssen aus der Snyder auch raus. Ja. Ich guck gerade auf den Job. Da wollte einer ran, aber... Ich hoffe nicht, wenn sie sehen. Das ist hier ein Auto unten bei der Snyder stehen. C2 hier. Rechts daneben am Auto war einer. Auto hinter uns? Ja. Direkt vor mir. Ja, hat einer einen Hit. Einer hat sich hinters Auto gelegt. Der vorne ist genockt. Auf den zweiten. Die sind beide tot. Ich glaube, ich habe Steps bei mir. Sicher bin ich mir nicht. Ich sehe nichts bei dir. Gut. Ich habe geleached. Ich achte auf rechte Flanke. Da könnte und müsste eigentlich noch was kommen. Hier ist was dran. Jetzt schießen wir vor den Häusern. Ich habe ein bisschen Rauch. Das geht so halbwegs. Ich habe auch. Smoker. Er hat einen Nockelt oben. Ich habe hier vorne halt noch den Hügel. Den steileren. Hier. Ja. Ist halt nur nach links ein bisschen offen. Ist auch ein bisschen splitten. Wieso bewegt ihr euch da unten? Ja, ja. Ich habe schon ein paar Mal daneben geholzt. Ich werde unten links reinlaufen. Oh, oh. Das war knapp. Ich kriege Besuch hier. Ich werde gepusht. Auf dem Auto oder was meinst du? Nee. Zu Fuß. Schön. Dein Mate hat mich. Bei Rot ist einer noch. Das war der im Auto. Der hat überlebt. Ich habe einen abgewandert aus dem Auto. Dann hast du eigentlich theoretisch noch einen oben. Entweder bei Rot. Außer die Zone hat ihn gekriegt. Was anderes gibt es nicht. Ich nehme meinen Marker weg. Ich nehme meinen Marker weg. Autsch. Ja, die waren auch noch zu zweit. Schade. Schade. Hart. Dann trotzdem irgendwie am Ende. Der ist doch instant gefallen, den ich einen Rauch am Rand getroffen hatte. Dann kam auf einmal noch einer irgendwie da. Das war ja nochmal ein zweites Auto oder nicht? Ach so. Das war doch noch ein schicke Abschluss. Auf die beiden, auf die wir geschossen haben am Anfang, die halt eher links von uns waren. Davon hat sich einer gelöst und ist halt aus unserer Sicht rechts rum gezirkelt. Und der, der mich halt letztendlich da oben geholt hatte, der wird wahrscheinlich an der Zone verreckt sein. So, na gut. Für heute war es das. Morgen 9 Uhr machen wir weiter mit dem natürlich Supermarket Simulator, weil das mega, mega, mega mäßig geil ist. Ich danke euch allen sehr fürs Zuschauen. Danke natürlich auch für die Likes und Abos und Spenden und allem und was auch immer. Aber ja, vielen, vielen, vielen Dank für alles. Schlaf gut und bis morgen. Tschaui. 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 Tschaui.